Led Zeppelin war in den 70ern die größte, böseste und meist vergötterte Rockband Amerikas. Eltern hassten sie. Verstörend und faszinierend. Kritiker hassten sie, Produzenten erstarrten in Ehrfurcht. Es war die beste Rock'n'Roll-Band, die ich bis dahin gehört hatte. Die Fans verehren sie bis heute. Sie hatten wahnsinnigen Erfolg. Led Zeppelins Erfolgsrezept bleibt ein Geheimnis, aber die Legende lebt. Seit ihrem Debüt am 17. Oktober 1968 in Surrey, England, ist Led Zeppelin ein Synonym für Exzess. Sie waren Götter, das wussten sie und haben das Beste daraus gemacht. Bei ihrem Durchbruch spielten sie bereits auf hohem künstlerischem Liefen. Niemand hat musikalische Grenzen so ausgereizt und das Publikum so mitgerissen. Wenn es richtig losging, spielten sie einige Grooves und alle legten sich hin. Dann wendeten sie sich ans Publikum und tausende Leute erhoben sich als Einheit, wie bei einem heidnischen Ritual. Eine einzigartige Spannung. Natürlich, Sex verkauft sich. Das geht für Männer wie für Frauen und Rock'n'Roll ist Sex. Oder der Beat. Das ganze Haus rockte. Vorne die vier. Fantastisch. Es hat mich umgehauen. Eine einzigartige Chemie. Sie versetzten die Welt in eine andere Realität, voller Poesie. Auf der Bühne und in der Fantasie. Ob Jimmy Page Sablinist ist, weiß keiner. Ist doch egal. Keine Band hat solche Triumphe erlebt und solche Tragödien. Keine Band außer den Beatles hat mehr Platten verkauft. Noch heute kaufen Jugendliche Unmengen ihrer Platten. Überall auf der Welt. In den zwölf Jahren hat Led Saplen einige der meistgefeierten Hymnen der Rockmusik geschaffen. Dazed and Confused, Whole Lotta Love, Kashmir und Stairway to Heaven haben den Soundtrack der 70er Jahre entscheidend geprägt. Von den großen Rockbands, die frühen Giganten wie die Rolling Stones und die Beatles eingeschlossen, prägt Led Saplen noch heute junge Bands stärker als alle anderen. Keine Band in der Geschichte des Rock'n'Roll hat diesen Einfluss erreicht. Durch ihr musikalisches Talent, ihre Leidenschaft und die durchschlagenden Geschäftsstrategien ihres Managers Peter Grant hat Led Saplen das Musikbusiness in eine Led Saplen-Industrie verwandelt. Eine der brillanten Strategien der Led Saplen-Ära war der Mythos um die Band. Sie gaben keine Fernsehinterviews und veranstalteten keinen Presserummel. So blieben die Fans ständig in gespannter Unwissenheit. Damals war die Musikindustrie für Promotion zuständig, verdiente das Geld und gab davon den Bands etwas ab. Led Saplen änderten das. Sie sagten, wir sind die Band und der Erfolg. Wir bekommen das Geld und zahlen euch Prozente. Sie haben zum Beispiel nie eine Single veröffentlicht. Weil Led Saplen sich weigerte, die gewohnten 3-Minuten-Singles rauszubringen, musste man immer ein ganzes Album kaufen. Und sich anders mit ihrer Musik auseinandersetzen. Es war, als käme Gott in die Stadt. Grant und Page führten Led Saplen in eine gigantische Erfolgsgeschichte. Ihre Strategie war die permanente Faszination. Die Insassen dieser Limousine regieren kein Land, machen keine Ölgeschäfte und auch keine Millionen-Dollar-Filme. Es ist Led Saplen, eine Rockband auf Tour und dieser Saplen ist riesig. Led Saplen hat bezüglich Konzertbesuchern, verkauften Platten, Heldenkult und Rock'n'Roll-Dekadenz alle bisherigen Rekorde übertroffen. Led Saplen hat die Popkultur mit ein paar zerbrochenen Fenstern und eingetretenen Türen hinter sich gelassen. Sie haben sexuelle Moralvorstellungen verändert und junge Bands inspiriert. Ironischerweise war der Name Led Saplen eigentlich eine witzige Bemerkung von Keith Moon oder John Antwistle aus der Band The Who. Als Page einen Namen für seine zukünftige Band suchte, spielte er mit seinem Vorschlag auf die Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs einer solchen Band an. Wie ein bleierner Zeppelin. Led Saplen begann als Ableger der Yardbirds, der berühmten britischen Band, die die Gitarrenlegenden Eric Clapton und Jeff Beck hervorgebracht hat. 1966 wurde Jimmy Page dort Lead-Gitarrist. Kurz darauf löste die Band sich auf. Ihr Manager Peter Grant bot Jimmy daraufhin eine bereits gebuchte Skandinavien-Tour und den Namen The New Yardbirds an. Page war Feuer und Flamme, eine eigene Band zu gründen und suchte nach Leuten. Wir kannten Jimmy Page, weil er unser gefragtester Gitarrist für Studioaufnahmen war. Und John Paul Jones war unser bester Bassist für diese Sessions. Wir dachten uns, die beiden sind großartige Musiker. So entstand das Gerücht, dass sie eine geniale Gruppe werden. Jimmy fragte Terry Reid, aber der konnte nicht und schlug stattdessen einen jungen Blues-Sänger vor. Robert Plant. Plant spielte in einer Band, die The Band of Joy hieß und war Liedsänger bei der unbekannten Band Hopswheel. Robert Plant war nicht so richtig einzuschätzen. Er hatte einen sehr ungewöhnlichen Stil. Nicht gerade melodisch. Plant holte seinen Freund und ehemaligen Kollegen John Bonham als Schlagzeuger. Bonham war frisch verheiratet und kam kaum über die Runden. Deshalb zögerte er, seine ersten gut bezahlten Auftritte für eine neue Band aufzugeben. John Bonham war von Anfang an ein Volltreffer. Mann, er war Wahnsinn. Schon in der ersten Probe war eine magische Chemie zwischen Page Plant, Bonham und Jones zu spüren. Page sagte, der Moment war so unglaublich, fast beängstigend. Die Band war ein Tier, wie ein wildes Tier, dem alles egal ist, das einfach dasteht und in diesem Moment alles gibt. Im Oktober 1968 nahm die neue Band in nur neun Tagen und knapp 30 Stunden reine Studiozeit ihr erstes Album auf. Als wir sie das erste Mal hörten, sagte ich, diese Band wird ganz groß rauskommen. Kurz nach ihrem ersten Live-Auftritt hatte Led Sablin bereits einen Vertrag mit Atlantic Records. Jerry Wexler und ich wollten sie sofort. Es war die beste Rock'n'Roll Band, die ich jemals gehört hatte. Im Dezember 1968 flog die Band erstmals nach Amerika. Ihr Debüt begeisterte das Publikum, bekam aber miserable Kritiken. Bevor sie das erste Mal zusammenspielten, verbrachten Jimmy Page und Robert Plant einige Tage auf Jimmys Hausboot auf der Themse und sprachen über Musik. Auf musikalischer Ebene liebten sie sich. Das kann man hören. Beide Musiker teilten die Liebe zum amerikanischen Blues und den Rock'n'Roll-Klassikern wie Elvis und Jerry Lee Lewis. Als sie feststellten, dass sie beide auch Fork-Musiker wie Johnny Mitchell, John Bice und Bert Jens liebten, waren sie fasziniert. Robert und Jimmy brachten durch ihre Liebe zum Fork auch softere Elemente ein. Auch wenn Plant und Page sich an ihren Vorbildern orientierten und gelegentlich Lieder anderer Künstler spielten, die von Led Zeppelin waren immer Eigenkreationen. Sie coverten nichts. Es war, als hätte man bei ihnen auf einen Knopf gedrückt. Sie setzten sich hin und spielten. Improvisierten, ganz natürlich, als wäre es bereits ihre Musik. Eins ihrer Markenzeichen war ihre Improvisationsfähigkeit. Ein Lied konnte die ganze Band in unbekannte Sphären führen. Jeder suchte seinen eigenen Weg durch ein Lied und dann kamen sie gemeinsam wieder heraus. Von außen versteht man nicht, wie sie das machen. Diese Vielseitigkeit verzauberte das Publikum. Erst ließen sie diese Slow-Motion-Effekte wirken. Und dann rockten sie plötzlich los. Dann setzten sie sich wieder und spielten akustische Musik, Mandoline oder so. Sie lösten sich von der Schwerkraft. Das ist Magie. Bei aller Vielfalt. Die tiefsten Spuren in ihrer Musik hinterließ der ausgezerrte, herzerwärmende amerikanische Blues. Sie hatten diesen Heavy Rock oder eigentlich Heavy Metal Stempel. Ich wollte da mal reinhören und habe dann sofort gemerkt, dass das eigentlich komplett auf Blues basiert. Die exotischen Klänge und Rhythmen von Led Zeppelin entführten das Publikum in Sphären jenseits ihrer Realität und ihrer Vorstellungskraft. Nur wer mal auf einem Led Zeppelin-Konzert war, weiß, was dort für ein kollektiver Trance-Zustand herrscht. Die erste Zeppelin-Begegnung war überwältigend. Sie fingen mit dem Lemon Song an. Und um uns herum fielen alle Frauen in Ekstase. Ihre Augen wurden immer größer und es war wie, was macht dieser Lemon Song da? Alle drehen durch. Dann sind wir gegangen. Es war aber nicht allein die Musik von Led Zeppelin, die das Bewusstsein der Leute veränderte. Das kam alles zusammen. Es begann in den 60ern, führte in die 70er. Freie Liebe. Die ersten Tage waren auch für die Band überwältigend. Plant und Bornham waren gerade mal 20 Jahre alt und kamen aus Kleinstädten in den Midlands. Und plötzlich gab es keine Grenzen mehr. In den USA wohnten sie immer im Continental Hyatt House Hotel in L.A. Das wurde dann nur noch Krawallhotel genannt. Die Band lud selbst die Besitzer zum Feiern ein. In einem der Hotelzimmer war versehentlich etwas kaputt gegangen. Peter Grant sagte zum Hotelmanager, ich wette, Sie hassen das, wenn wir da sind. Dieser antwortete, oh nein, Mr. Grant. Wir haben viel mehr Ärger, wenn die Mormonenversammlung in der Stadt ist. Peter Grant konnte sich nicht halten vor Lachen, gab ihm 1000 Dollar und sagte, bitte, ein Zimmer geht auf uns. Er ging mit ihm hoch und ließ den Manager einen Fernseher aus dem Fenster werfen. Und der Manager sagte, das wollte ich schon immer mal machen. Dieser Spaß beschränkte sich nicht allein auf Hotelzimmer. Ein Freund der Band war BP Fallon. Wir trieben ein paar Schafe auf und als er schlafend im Bett lag, trieben wir sie in sein Zimmer und warfen eine Leuchtbombe hinterher. Er wachte zwischen lauter panischen Schafen auf. Kinderstreiche. Ein Riesenspaß. Unberechenbarkeit war eine besondere Stärke von Led Zeppelin. Die Fans wussten nie, was wirklich stimmte. Aber je dubioser das Gerücht war, desto mehr schrieb die Presse. Was auch immer während einer Tour geschah, alle Bandmitglieder waren bekennende Familienväter. Alle hatten Kinder. Natürlich waren Frauen und Kinder fast nie mit auf Tour. Nach Hause zu kommen ist eine Erholung und auf Tour sein auch. Diese Erholung war lebensnotwendig. 1971 artete ein Musikfestival in Krawallen aus, weil sich 12.000 Fans mit der Polizei anlegten. Die Band wurde mit Flaschen und Tränengas von der Bühne gejagt. Irgendwann forderte Led Zeppelins extremer Lebenswandel seinen Tribut. Aber von ihrem Höhenflug in den frühen 70ern an bis zur Bruchlandung 1980 waren Led Zeppelin nicht aufzuhalten. Vor allem in Amerika. Die ganze amerikanische Kultur mit Woodstock und allem. Man ging auf ein Konzert und ließ alle Hemmungen fallen. Das war okay. Das passierte auf jedem Led Zeppelin-Konzert. Völlige Hemmungslosigkeit. Doch die Kritiken waren schlecht. Wenn Led Zeppelin auftrat und Platten herausbrachte, haben ernstzunehmende Kritiker sie immer verressen. Nach der ersten einstündigen Show von Led Zeppelin am 26. Dezember 1968 beschrieben sie Robert Plants Stimme als ausdruckslos und Bornham am Schlagzeug als einfallslos. Drei Tage später forderte die Menge in Boston sieben Zugaben. Aber die schlechten Kritiken hielten an. 1969 kritisierte das Rolling Stone Magazin Led Zeppelin als selbstherrlich und gleichzeitig mittelmäßig. Daraufhin schrieben die Leute Unmengen Protestbriefe und kauften massenweise Tickets und Platten. 1975 war Led Zeppelin die erste Band in der Geschichte, die sechs Alben gleichzeitig in den Charts hatte. Jetzt begann auch die Presse in England, zähneknirschend, ihre Erfolge anzuerkennen. Jetzt begann man zu erkennen, wie wichtig sie für die Geschichte des Rock'n'Roll waren. Während ihrer Karriere war ihre Musik weit erfolgreicher, als die Kritiken je vermuten ließen. Sie blickten nie zurück und ließen sich von der Kritik nicht aufhalten. Es war ihre Musik. Sie spielten, wie sie wollten. Wenn dann auch noch das Publikum begeistert ist, was will man mehr? Heute scheint Led Zeppelins Selbstbewusstsein mehr als gerechtfertigt. Als ihre fünfeinhalbstündige Band-Retrospektive herauskam, war Led Zeppelin sofort wieder Nummer eins. Und das, obwohl sie seit 23 Jahren nicht mehr als Band aufgetreten waren. James Patrick Page wurde am 9. Januar 1944 geboren. Er wuchs in einem trostlosen Vorort von London, in der Nähe des Flughafens Heathrow auf. Jimmy war ein Einzelkind aus einer Künstlerfamilie und viel alleine, da in seiner Straße keine anderen Kinder wohnten. So zerbrechlich er wirkte, er sollte noch einige der besten zeitlosen Hymnen der Rockgeschichte komponieren. Jimmy war ein zerbrechlicher Typ. Auch seine Stimme klingt irgendwie verbraucht. Trotzdem schuf er diese unglaubliche Heavy-Rock-Musik. Tief im Inneren hatte er so viel Kraft. Als Jimmy das Lied Baby Let's Play House von Elvis Presley hörte, sagte er sich, das ist es. Mit zwölf brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Er spielte amerikanische Rock'n'Roll-Musik nach und orientierte sich danach an Blues-Gitarristen wie Elmore James und B.B. King. Die Lehrer mussten ihm bis 4 Uhr nachmittags die Gitarre wegnehmen, damit er überhaupt lernte. Der Rock'n'Roll fesselte ihn besonders, weil er etwas Verbotenes hatte. 1959 spielte Page in seiner ersten Band. Nach ein paar anstrengenden Wochen auf Tour wurde er schwer krank und entschied, sich auf die bildende Kunst zu konzentrieren. Auch während seines Kunststudiums spielte er Gitarre. So lernte er über eine Kommilitonin, den jungen Gitarristen Jeff Beck kennen. Damals hatte kaum jemand eine E-Gitarre, doch die beiden waren wie besessen. Getrieben von ihrer Leidenschaft zur Musik, inspirierten Page und Beck einander in den folgenden Jahren gegenseitig. Jimmys Mutter war ihr größter Fan und versorgte sie mit Tee, während sie am Wochenende bei ihr zu Hause übten. Jimmys Mutter spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Mit seinem Vater kam er nicht so gut zurecht, aber seine Mutter verehrte er sehr. Sie standen sich sehr nahe. 1963 spielte der 19-jährige Jimmy während der Ferien in einem bekannten Londoner Blues Club. Dort wurde er gefragt, ob er eine Platte mit einspielen wolle. Das war der Anfang einer historischen Karriere. Page wurde schnell zum gefragtesten Sessionmusiker der lebhaften Studioszene in England. Er konnte mühelos den ganzen Tag zwischen Pop, Fork, Country und Filmmusik hin und her wechseln. Er machte mit Hunderten von Künstlern Aufnahmen. Ein Spektrum, das von Donovan bis zu den Kings, von den Rolling Stones bis zu Burt Bacharach reichte. Page spielte sogar auf der Debüt-Single I Can't Explain von The Who. Er war professionell, talentiert und funktionierte wie ein Uhrwerk. Jimmy war ein hervorragender Studiomusiker, aber er hatte weit mehr Talente und diese Arbeit wurde ihm bald langweilig. Jimmy war ständig in kleinen Studios gefangen. Er wollte raus, auf Tour mit einer Band Live-Musik machen. 1966 besuchte Jimmy seinen Freund Jeff Beck auf einem Yardbirds-Konzert. Nach der Show stieg einer der Musiker aus der Band aus und Page sprang ein. Er war so versessen darauf, in der Band zu spielen, dass er den Bass übernahm, ohne je zuvor darauf gespielt zu haben. Er wollte unbedingt in diese Band, also spielte er sogar Bass. Für eine Tour hätte er selbst Schlagzeug gespielt. Led Zeppelin war für Jimmy die Chance, sein ganzes ungenutztes, kreatives Potenzial einzubringen und Robert Plant war der optimale Partner. Robert war extrovertiert und Jimmy introvertiert. Sie waren ein faszinierendes Team und ein Genuss für Auge und Ohr. Page ließ sich einfach von John Bonhams gewaltigem Schlagzeugspiel und der Musik davontragen. Sie gingen immer sehr spielerisch miteinander um und standen in ständiger Konkurrenz auf der Suche nach unerwarteten Einlagen. So wie sich Jimmy hingab, wie er auftrat und spielte, versetzte er die Fans in andere Sphären. Ich konzentriere mich immer auf Jimmy Page. Er ist zu gefühlvoll und hat diese unglaubliche Energie, wenn er auf der Bühne steht. Bis heute ist der Name Jimmy Page für junge Gitarristen heilig, auch wenn sie ihn nur von Videos und DVDs kennen. Egal in welches Musikgeschäft man geht, die Kids wollen immer noch Stairway to Heaven spielen, um eine Gitarre auszuprobieren. Das sagt einiges. Das ist immer noch der Riff, den ich im Alter von zwölf Jahren spielen können will. Page hatte durch seine Studio-Erfahrung viele Vorteile als Produzent und auf der Bühne. Durch seine Einlagen auf dem Termin und sein Gitarrenspiel mit einem Bogen hatte er den Ruf eines Zauberers. Page hatte Gerüchten zufolge einen Hang zum Okkultismus und er verehrte den hedonistischen, heroinabhängigen englischen Anhänger der schwarzen Magie, Anister Crowley. Er kaufte einige Häuser, in denen Crowley gewohnt hatte und sammelte Gegenstände aus dessen Leben. Jimmy war so fasziniert von Crowley, dass er dessen Motto »Tu, was du willst« auf das erste Cover von Led Zeppelin 3 drucken ließ. Abergläubische Fans führten das tragische Schicksal von Led Zeppelin gerne auf Jimmys Bund mit dem Teufel zurück. 1975 waren sie mit vielen Problemen konfrontiert. Page war heroinabhängig, Zeppelin hatte einen schlechten Ruf, die Rockszene veränderte sich und auch den schnellen Erfolg zu verarbeiten, all das waren erhebliche Probleme. Trotzdem blieb Page mit seiner Gitarre das Herz und Robert Plant mit seiner Stimme die Seele der Band. So konnte Led Zeppelin ihr Tief überwinden. Robert Plant's einzigartige Stimme adelte jedes der zehn Led Zeppelin-Alben, die in den zwölf Jahren entstanden. Sie hatten keine Background-Sänger und nur in einem ihrer Lieder einen Gastsänger. Kein anderer Sänger klingt wie Robert Plant. Er lässt sich mit einem ganz anderen Verständnis auf die Musik ein. Plans entrücktes Klagen verbindet viele Elemente. Leidenschaft, Kraft und Sehnsucht des Blues, den er so liebte. Die Lässigkeit von Elvis, den Ernst und die Gefühle seiner Forkhelden und die traditionellen orientalischen Klänge, die er auf Reisen kennengelernt hatte. Er kennt jedes Lied von allen abgefahrenen Musikern, die es je gegeben hat. Die Vielfalt seiner Texte umfasst scheinbar historische und keltische Eben. Fork-Poesie, Tribute an Tolkien und Schreie der Sehnsucht. Sie sind viel mehr als eine Metal-Band, denn Robert Plant ist ein Poet. Er trägt die Poesie in der Seele und holt sie bei anderen Menschen hervor. Er wollte, dass seine Band mehr Tiefe und mehr Umfang hat. Robert Antony Plant wurde am 20. August 1948 geboren. Er wuchs in einem Dorf nahe Birmingham an der Grenze zu Wales auf. Mit 13 Finger an, sich für Mädchen zu interessieren, ließ sich die Haare wachsen und sein Leben als Rockstar nahm Formen an. Er war der erste mit so einer prächtigen, blonden Mittelalter-Mähne. Alle Frauen standen darauf. Robert sollte dem Wunsch seiner Eltern nach Buchhalter werden. Doch davor entdeckte er den Blues. Als Teenager spielte Kevin Gamond und Robert mit John Bonham zusammen in der Band of Joy. Robert wollte eigentlich am Kidderminster College seinen Abschluss machen, bis er das erste Mal auf dem Campus den Lemon Song spielte. Wir hatten verschiedene Auftritte in der Region. Als wir den Lemon Song auf dem beliebten Kidderminster College-Konzert spielten, zogen sie uns den Stecker. Es war zu krass, wild, verrückt. Wir flogen vom College. Mit 16 zog Robert von zu Hause aus, um seiner Leidenschaft professionell nachzugehen. Bis 20 wollte er den Durchbruch geschafft haben. Nach ein paar Jahren in der Band of Joy wurde er wegen seiner angeblich schwachen Stimme vom Manager gefeuert. Also suchte er nach einer neuen Band. Jimmy Page hörte ihn, als er gerade in der Band Hopsweedle sang. Plant lebte am Existenzminimum und zog bei der halbindischen Großfamilie seiner Freundin ein. 1968 heiratete er Maureen. Sie bekamen zwei Kinder, eine Tochter Carmen Jane und einen Sohn Carrack, benannt nach einem keltischen General. Trotz seines beschaulichen Familienlebens verkörperte Robert das Sinnbild eines lebenden Rockgottes wie kein anderer. Seine engen Jeans und lässigen Hemden waren der Inbegriff männlichen Sexappeals in den 70er Jahren. Er war scharf. Deshalb lief es auch so gut. Auf der Bühne war er die pure Energie, eine physikalische Reaktion. Seine Erscheinung, seine Bewegungen. Er zog Männer wie Frauen in seinen Bann. Er ging ziemlich lässig mit seiner Sexualität um. Und das hat an viele andere männliche Sänger inspiriert. Wie Page seine Gitarre, benutzte Plant seine Stimme als Instrument mit vielen Klangfarben, Tiefen und irritierender Intensität. Mit seiner puren Energie und seinem Blues hat er einen komplett umgehauen. Er brachte diese Energie mit voller Überzeugung rüber. Im August 1975 wurde Roberts Leben und dadurch auch Led Zeppelin erschüttert. Während eines Familienurlaubs in Griechenland verlor Maureen Plant plötzlich die Kontrolle über das Auto. Maureen erlitt eine Schädelfraktur und Plant unzählige Verletzungen. Wegen eines zertrümmerten Knöchels konnte er zwei Jahre lang nicht auftreten. Robert erholte sich körperlich, war sich jetzt aber der Vergänglichkeit des Lebens bewusst. Als er gerade anfing wieder aufzutreten, erwartete ihn schon der nächste Schicksalsschlag. 1977 ging sie zum ersten Mal nach seinem Unfall auf Amerika-Tour, als Robert einen Anruf von Maureen erhielt. Sein fünfjähriger Sohn Carrack war an einer Atemwegsinfektion gestorben. Mein lieber Robert hat das erlebt, was wir alle am meisten fürchten. Sein Sohn starb und er war nicht da. Robert war wie gelähmt. Sein langjähriger Freund Bornham stand ihm bei und trauerte mit ihm. Robert stellte sein ganzes Dasein und den Sinn des Lebens in Frage. Led Zeppelin war plötzlich völlig irrelevant. Letztlich machte es nur seine Leidenschaft für die Musik möglich, dass er jemals wieder Lebensfreude schöpfen konnte. Aber er hat ganz neue Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Anfang 1979 war Plant bereit, wieder auf die Bühne zu steigen. Led Zeppelin gab einige legendäre Konzerte in England und überzeugte endlich auch die Presse. Robert und Maureen bekamen ein weiteres Kind, Logan. Auch wenn Robert nie über den Tod von Carracken wegkam, konnte er wieder ein normales Leben führen. Peter Grant wollte im Herbst 1980 eine große Amerika-Tour planen, aber Led Zeppelin verlor plötzlich an Auftrieb. John Baldwin wurde am 3. Januar 1946 in Sidcup, England geboren. Sein Vater Joe war ein erfolgreicher Pianist und Arrangeur. Seine Mutter arbeitete auch im Musikgeschäft und die Familie trat oft zusammen auf. John erhielt eine ausgezeichnete musikalische Ausbildung auf einem renommierten Internat. Mit 14 war er bereits Chorleiter und Organist in der örtlichen Kirche. Seine Familie ermutigte ihn, weiterzumachen. Sein Vater drängte ihn, Saxophon zu lernen, aber John überzeugte ihn, dass mit einem Bass leichter Geld zu verdienen sei. Er hatte ein unglaubliches Talent für viele Instrumente. Deshalb konnten sie live so viel machen. Baldwin nannte sich bald John Paul Jones. Sein Freund, der Manager der Rolling Stones, hatte diesen Namen auf einem französischen Filmplakat entdeckt. Die Band nannte ihn immer Jonesy. Mit 16 war Jones bereits Bassist in einer Band. Bald war er auch ein gefragter Studiomusiker, der in derselben Liga wie Jimmy Page gehandelt wurde. Er spielte und arrangierte bei unzähligen Aufnahmen großer Musiker wie Donovan, Shirley Bassey, den Rolling Stones, Rod Stewart und Cat Stevens. Page traf er bei einer Session für Donovans Hurdy-Gurdy-Man. Für ihn und Page war das Studio-Leben zwar profitabel, aber frustrierend. Irgendwann schlug Jones Frau Moe vor. Er solle sich bei Jimmy Page melden und schauen, ob sie nicht gemeinsam dieser ermüdenden Routine entkommen könnten. Jones bewunderte Jimmy. Er rief ihn an und von da an war das Leben nie mehr langweilig. Viele der bekanntesten Led Zeppelin-Kompositionen stammen aus seiner Feder. Er hat Funk in die Musik gelegt und sie mit feinsinnigen Themen verwogen. Man kann nicht genau definieren, was John Paul Jones beigetragen hat. Aber wenn man Stairway to Heaven mal intensiv anhört und auf das Keyboard achtet, genauso beim Rain-Song, dann wird klar, dass John Paul Jones Unglaubliches geleistet hat. Jones war zwar für einigen Unfug auf Tour verantwortlich, im Vergleich zu den anderen galt er allerdings als der Ruhige. Er wirkte nur still. Ich habe ihn schon sehr, sehr laut erlebt. Später nahm sich Jones auf Tour oft ein anderes Hotel als die Band, besuchte Freunde und erkundete jede neue Stadt. Sie hatten zwar Spaß zusammen, aber brauchten auch immer wieder eine Auszeit voneinander. Er war ein Profi, immer rechtzeitig zur Stelle und bereit für den Auftritt. Zwischen den Auftritten führte Jones und Devin ein ruhiges Landleben mit seiner Frau und seinen drei Töchtern. Das Familienleben tat ihm gut, genau wie plant. John war wahnsinnig stolz auf die Rhythmen, die er mit John Barnham kreierte. Sie rissen die Mädchen im Sable im Publikum so mit, dass einfach alle tanzen mussten. John Barnham, wer von Hammer of the Gods spricht, denkt an John Barnham. John Henry Barnham ist der geborene Schlagzeugspieler. John Barnham, Bonzo, war einer der aggressivsten und besten Schlagzeuger aller Zeiten. Er wurde am 31. Mai 1948 in Redditch, Worcestershire geboren. Sein Vater war Tischler. Mit fünf schenkte ihm sein Vater seine ersten Trommeln, Töpfe, Pfannen und eine Dose Badesalz seiner Mutter. Mit zehn bekam er seine erste richtige kleine Trommel. Mit 17 arbeitete er für seinen Vater und spielte nebenbei Schlagzeug. Er heiratete seine Jugendliebe und war immer knapp bei Kasse. Er hatte Pat gerade versprochen, dass er mit dem Schlagzeugspielen aufhören und richtig Geld verdienen würde. Da traf er Robert Plant. Bonham hatte schon in zwei Bands von Plant gespielt und endlich ein paar anständig bezahlte Auftritte in Aussicht, als Plant wieder versuchte, ihn für seine neue Band zu gewinnen. Obwohl sogar sein Freund Robert dabei war, zögerte Bonzo. Aber Robert und Jimmy ließen nicht locker. Bonzo war der Motor. Er ließ Jimmy Page und Led Saplin immer noch härter und schneller als alle anderen Rockbands werden. Auf der Bühne war Jimmy meistens direkt vor der Basstrommel und das groovte. Und das war die Gruppe. Bonzo konnte alles. Mit bloßen Händen spielen oder mit vier Sticks in jeder Hand und das die ganze Nacht lang. Nur langsam wurde er nie. Zu Hause war er der liebevollste Familienvater, aber auf Tour drehte er immer total durch. Sein Alkohol- und Drogenkonsum war genauso heftig wie sein Schlagzeugspiel. Bonzo und sein Freund bedrohten nach einem Konzert in Belfast, Irland, einen Kellner mit einem Messer, weil sie hungrig waren und die Küche schon geschlossen hatte. Der Bandmanager Richard Cole kam gerade noch rechtzeitig, um ihn in seinem Vollrausch K.O. zu schlagen. So etwas kam bei Bonzo und Richard Cole gelegentlich vor. Bonzo feierte seinen 25. Geburtstag in einem Hotel in L.A. George Harrison ließ die oberste Lage der Geburtstagstorte auf seinen Kopf fallen. Sofort packte Bonzo Harrison und Patty Boyd und warf sie in den Pool. Harrisons Kommentar, das war die beste Party seit Jahren. Spaß unter Jungs. Aber diese Dauerparty musste irgendwann ein Ende finden. Am 25. September 1980 traf sich die Band in Jimmy Pages Haus, um für ihre erste Amerika-Tour nach Carracks Toad zu proben. Bonzo entspannte sich bei ein paar Drinks und spielte fantastisch auf dem Schlagzeug. Später verlor er auf dem Sofa das Bewusstsein. Sie brachten ihn ins Bett. Benji Lefavre fand ihn am Morgen, erstickt an seinem eigenen Erbrochenen. Ich sagte zu Jimmy und Robert, dass sie nicht nach oben gehen sollen, damit sie das nicht sehen müssen. Aber das änderte nichts. Er war tot. Es war furchtbar. Es traf uns so tief, als hätten wir einen Bruder verloren. Bonzo war der Motor. Ohne ihn ging es nicht. Am 4. Dezember 1980 beschlossen die Verbliebenen, Led Zeppelin aufzulösen. Die Band verfasste eine Presseerklärung. Durch den Verlust unseres lieben Freundes und im tiefen Einvernehmen zwischen uns und unserem Manager haben wir entschieden, dass wir nicht weitermachen können wie vorher. Jimmy Page ist ein Zauberer. Sein Talent, sein starker Wille und sein Geschäftssinn haben die erfolgreichste Rockband aller Zeiten geschaffen. Er veränderte eine ganze Generation und die Musikindustrie. So eine Band zu gründen, mit ihr den Gipfel des Erfolges zu erklimmen und all diese genialen Alben zu produzieren, das geht nicht ohne einen starken Willen. Mit seinen magischen Fähigkeiten veränderte Page die Art, wie Auftritte und Aufnahmen gestaltet werden. Jimmy Page ist ein hervorragender Produzent. Was er macht, bleibt einem in Erinnerung. In den Ohren, im Kopf. Led Zeppelin leitete die Longplay-Ära ein. Obwohl die Musik nie auf Chart-Erfolge ausgerichtet war, beherrschte Led Zeppelin die Radiosender und Konzerthallen. In jeder Hinsicht waren sie die kommerziell erfolgreichste Rockband aller Zeiten. Jimmy Page nutzte jeden geschäftsrelevanten Aspekt für das, was wir heute Markenbildung nennen. Sobald sich die Presse zu sehr auf Gerüchte stürzte, lenkte er ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Musik und den Mythos. Auf dem Cover des vierten Albums ließ Page jedes Bandmitglied durch ein selbstgewähltes Symbol repräsentieren. Alle anderen Informationen ließ er weg. Jimmy enthüllte nicht einmal die Bedeutung seines eigenen Symbols. Die Fans waren wieder fasziniert. Eine bestimmte Phrase taucht immer wieder auf. Das hält den Mythos am Leben. Eine brillante Strategie, die bis heute funktioniert. Led Zeppelin war von dem ersten gemeinsamen Ton an ein Wunder musikalischer Alchemie. Ohne eines der vier Elemente wären solche Wunder nicht mehr möglich gewesen. Das Wichtigste war die Musik. Und die war ohne John nicht mehr möglich. Nach Bonhams Tod trauerte jeder auf seine Art. Jimmy Page fasste seine Gitarre zwei Jahre lang nicht an und zog sich vollkommen zurück. Er mischte das Abschiedsalbum und schrieb den Soundtrack zu einem Film. 1983 stamm Page das erste Mal wieder auf der Bühne bei einem Benefiz-Konzert mit vielen Rock-Superstars. Jimmy überwand innerhalb kürzester Zeit seine Heroinsucht. Heute sind seine junge Frau Ximena und die drei kleinen Kinder das Wichtigste in seinem Leben. Er engagiert sich in der Wohltätigkeitsorganisation seiner Frau für Straßenkinder in Brasilien. Page hat seither mit vielen Sängern getourt und hat Aufnahmen gemacht. Aber eine musikalische Magie wie zwischen ihm und Robert Plant hat sich nie wieder entwickelt. Er und Robert traten 1994 zusammen bei einem MTV-Special auf und 1995 und 1998 tourten sie zusammen als Page Plant. Led Zeppelin sollte es aber nicht mehr geben. Im August 2004 war Jimmy Page der erste Musiker, der seine Handabdrücke in dem neuen britischen Rock'n'Roll Walk of Fame hinterlassen durfte. Robert Plant und Kevin Gammon riefen an besagten Kidderminster College, das sie damals wegen des Lemon Songs hinausgeworfen hatte, ein Musikprogramm ins Leben. Robert kommt dort gelegentlich selbst vorbei, hört zu und gibt Ratschläge. Inzwischen ist er geschieden, lebt aber immer noch in Black Country in der Nähe von Wales. Dort ist er ein fanatischer Anhänger des Wolverhampton Wanderers Football Clubs und er sammelt immer noch Musik aus aller Welt. Der ruhige John Paul Jones hat eine vielseitige Solo-Karriere gestartet. Er hat mit der Opernsängerin Diamonda Galas getourt und hat mit ihr Aufnahmen gemacht. Jones arbeitete mit R.E.M., Brian Eno, Paul McCartney und besonders gern mit Hart, aber nie wieder mit Page und Plant. Peter Grants unglaubliches Leben fand 1995 ein Ende. Er starb an einem Herzinfarkt. Nach Led Zeppelin managte er nie wieder eine Band, aber er hat in der Rock'n'Roll-Geschichte seine Spuren hinterlassen. John Paul Jones sagte immer, Led Zeppelin kannte keine Grenzen. Es gab auch nur eine Regel, die immer eingehalten wurde. Erst kommt die Musik. Es war ihre Bestimmung. Und die Kombination von Jim, John und John Paul Jones war das perfekte Feuerwerk. Von Anfang an zog sich die Band gelegentlich nach Wales in ein Häuschen zurück. Dort hatte Robert Plant als Kind seine Ferien verbracht. Das Landleben tat ihnen gut. Abends am Feuer fielen ihnen die eher sanften Lieder ein. Sie brachten andere Seiten ihrer künstlerischen Fähigkeiten zum Vorschein. Ihr Geist und ihre Musik waren einfach grenzenlos. Ein weiterer Ort gemeinsamer Inspiration war ein gemietetes Landgut nahe London. Es hatte einen großen Eingang aus Marmor und ein riesiges Treppenhaus aus Eiche. Dort stand das Schlagzeug und das hatte einen unglaublichen Klang. Nebenan gab es ein riesiges Wohnzimmer, wo John Paul und Jimmy immer am Feuer spielten. Es war toll. Einige Klassiker wurden dort aufgenommen. Page war durch die Möglichkeit, im gesamten Haus aufnehmen zu können, extrem inspiriert. Paddlic Range war der Rückzugsort, an dem sich die Musik in ihrem eigenen Tempo entfaltete. Mandolinen, Gitarren, Klaviere, Melotrone, alles stand ihnen dort zur Verfügung. Manchmal stand den ganzen Tag niemand auf, manchmal ging man gar nicht erst ins Bett. Es gab keine Regeln, wie Lieder entstehen. Plötzlich waren sie da. Led Zeppelin war immer auf der Suche, auf der Suche nach der Verschmelzung aller Realitäten mit ihrer Musik. Wenn etwas so gut ist, so ehrlich und so seelenrein, ist es unvergänglich. Es kann gar nicht verfallen. Es ist nicht so schlecht. Es wird nicht degeneratet. Es ist authentisch. Es ist authentisch. Ja, es ist authentisch. Der gefragte Rocksong aller Zeiten entstand in Hadley Grange. Robert Plant hatte gerade ein Buch über die keltische Geschichte gelesen. Jimmy nahm ihm Teile des Liedes auf eine Kassette auf. Als Robert nachts am Feuer saß, kamen ihm die ersten Zeilen. Und der Rest ist Geschichte. Stairway to Heaven ist deine Seele, Baby. Led Zeplings Erfolgsrezept bleibt ein Geheimnis. Man kann es auch nicht in Worte fassen. Man muss es wohl persönlich erlebt haben. Man kann es auch nicht in Worte fassen. Led Zeppelin war in den 70ern die größte, böseste und meistvergötterte Rockband Amerikas. Eltern hassten sie. Verstörend und faszinierend. Kritiker hassten sie, Produzenten erstarrten in Ehrfurcht. Es war die beste Rock'n'Roll Band, die ich bis dahin gehört hatte. Die Fans verehren sie bis heute. Sie hatten wahnsinnigen Erfolg. Led Zeppelins Erfolgsrezept bleibt ein Geheimnis, aber die Legende lebt. Seit ihrem Debüt am 17. Oktober 1968 in Surrey, England, ist Led Zeppelin ein Synonym für Exzess. Sie waren Götter, das wussten sie und haben das Beste daraus gemacht. Bei ihrem Durchbruch spielten sie bereits auf hohem künstlerischem Niveau. Niemand hat musikalische Grenzen so ausgereizt und das Publikum so mitgerissen. Wenn es richtig losging, spielten sie einige Grooves und alle legten sich hin. Dann wendeten sie sich ans Publikum und tausende Leute erhoben sich als Einheit, wie bei einem heidnischen Ritual. Eine einzigartige Spannung. Natürlich, Sex verkauft sich. Das geht für Männer wie für Frauen und Rock'n'Roll ist Sex. Oder der Beat. Das ganze Haus rockte. Vorne die vier. Fantastisch. Es hat mich umgehauen. Eine einzigartige Chemie. Sie versetzten die Welt in eine andere Realität, voller Poesie. Auf der Bühne und in der Fantasie. Ob Jimmy Page Zappanist ist, weiß keiner. Ist doch egal. Keine Band hat solche Triumphe erlebt und solche Tragödien. Keine Band außer den Beatles hat mehr Platten verkauft. Noch heute kaufen Jugendliche Unmengen ihrer Platten. Überall auf der Welt. In den zwölf Jahren hat Led Saplin einige der meistgefeierten Hymnen der Rockmusik geschaffen. Dazed and Confused, Whole Lotta Love, Kashmir und Stairway to Heaven haben den Soundtrack der 70er Jahre entscheidend geprägt. Von den großen Rockbands, die frühen Giganten wie die Rolling Stones und die Beatles eingeschlossen, prägt Led Saplin noch heute junge Bands stärker als alle anderen. Keine Band in der Geschichte des Rock'n'Roll hat diesen Einfluss erreicht. Durch ihr musikalisches Talent, ihre Leidenschaft und die durchschlagenden Geschäftsstrategien ihres Managers Peter Grant hat Led Saplin das Musikbusiness in eine Led Saplin-Industrie verwandelt. Eine der brillanten Strategien der Led Saplin-Ära war der Mythos um die Band. Sie gaben keine Fernsehinterviews und veranstalteten keinen Presserummel. So blieben die Fans ständig in gespannter Unwissenheit. Damals war die Musikindustrie für Promotion zuständig, verdiente das Geld und gab davon den Bands etwas ab. Led Saplin änderten das. Sie sagten, wir sind die Band und der Erfolg. Wir bekommen das Geld und zahlen euch Prozente. Sie haben zum Beispiel nie eine Single veröffentlicht. Weil Led Saplin sich weigerte, die gewohnten Drei-Minuten-Singles rauszubringen, musste man immer ein ganzes Album kaufen. Und sich anders mit ihrer Musik auseinandersetzen. Es war, als käme Gott in die Stadt. Grant und Paige führten Led Saplin in eine gigantische Erfolgsgeschichte. Ihre Strategie war die permanente Faszination. Die Insassen dieser Limousine regieren kein Land, machen keine Ölgeschäfte und auch keine Millionen-Dollar-Filme. Es ist Led Saplin, eine Rockband auf Tour und dieser Saplin ist riesig. Led Saplin hat bezüglich Konzertbesuchern, verkauften Platten, Heldenkult und Rock'n'Roll-Dekadence alle bisherigen Rekorde übertroffen. Led Saplin hat die Popkultur mit ein paar zerbrochenen Fenstern und eingetretenen Türen hinter sich gelassen. Sie haben sexuelle Moralvorstellungen verändert und junge Bands inspiriert. Ironischerweise war der Name Led Saplin eigentlich eine witzige Bemerkung von Keith Moon oder John Antwistle aus der Band The Who. Als Paige einen Namen für seine zukünftige Band suchte, spielte er mit seinem Vorschlag auf die Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs einer solchen Band an. Wie ein bleierner Zeppelin. Led Saplin begann als Ableger der Yardbirds, der berühmten britischen Band, die die Gitarrenlegenden Eric Clapton und Jeff Beck hervorgebracht hat. 1966 wurde Jimmy Page dort Lead-Gitarrist. Kurz darauf löste die Band sich auf. Ihr Manager Peter Grant bot Jimmy daraufhin eine bereits gebuchte Skandinavien-Tour und den Namen The New Yardbirds an. Page war Feuer und Flamme, eine eigene Band zu gründen und suchte nach Leuten. Wir kannten Jimmy Page, weil er unser gefragter Gitarrist für Studioaufnahmen war und John Paul Jones war unser bester Bassist für diese Sessions. Wir dachten uns, die beiden sind großartige Musiker. So entstand das Gerücht, dass sie eine geniale Gruppe werden. Jimmy fragte Terry Reid, aber der konnte nicht und schlug stattdessen einen jungen Blues-Sänger vor. Robert Plant. Plant spielte in einer Band, die The Band of Joy hieß und war Liedsänger bei der unbekannten Band Hobsweedle. Robert Plant war nicht so richtig einzuschätzen. Er hatte einen sehr ungewöhnlichen Stil, nicht gerade melodisch. Plant holte seinen Freund und ehemaligen Kollegen John Bonham als Schlagzeuger. Bonham war frisch verheiratet und kam kaum über die Runden. Deshalb zögerte er, seine ersten gut bezahlten Auftritte für eine neue Band aufzugeben. John Bonham war von Anfang an ein Volltreffer. Mann, er war Wahnsinn. Schon in der ersten Probe war eine magische Chemie zwischen Page Plant, Bonham und Jones zu spüren. Page sagte, der Moment war so unglaublich, fast beängstigend. Die Band war ein Tier, wie ein wildes Tier, dem alles egal ist, das einfach dasteht und in diesem Moment alles gibt. Im Oktober 1968 nahm die neue Band in nur neun Tagen und knapp 30 Stunden reine Studiozeit ihr erstes Album auf. Er lässt sich mit einem ganz anderen Verständnis auf die Musik ein. Plans entrücktes Klagen verbindet viele Elemente. Leidenschaft, Kraft und Sehnsucht des Blues, den er so liebte. Die Lässigkeit von Elvis, den Ernst und die Gefühle seiner Forkhelden und die traditionellen orientalischen Klänge, die er auf Reisen kennengelernt hatte. Er kennt jedes Lied von allen abgefahrenen Musikern, die es je gegeben hat. Die Vielfalt seiner Texte umfasst scheinbar historische und keltische Eben. Fork-Poesie, Tribute an Tolkien und Schreie der Sehnsucht. Sie sind viel mehr als eine Metal-Band, denn Robert Plant ist ein Poet. Er trägt die Poesie in der Seele und holt sie bei anderen Menschen hervor. Er wollte, dass seine Band mehr Tiefe und mehr Umfang hat. Robert Antony Plant wurde am 20. August 1948 geboren. Er wuchs in einem Dorf nahe Birmingham an der Grenze zu Wales auf. Mit 13 Finger an, sich für Mädchen zu interessieren, ließ sich die Haare wachsen und sein Leben als Rockstar nahm Formen an. Er war der erste mit so einer prächtigen, blonden Mittelalter-Mähne. Alle Frauen standen darauf. Robert sollte dem Wunsch seiner Eltern nach Buchhalter werden. Doch davor entdeckte er den Blues. Als Teenager spielte Kevin Gammond und Robert mit John Bonham zusammen in der Band of Joy. Robert wollte eigentlich am Kidder Minster College seinen Abschluss machen, bis er das erste Mal auf dem Campus den Lemon Song spielte. Wir hatten verschiedene Auftritte in der Region. Als wir den Lemon Song auf dem beliebten Kidder Minster College-Konzert spielten, zogen sie uns den Stecker. Es war zu krass, wild, verrückt. Wir flogen vom College. Mit 16 zog Robert von zu Hause aus, um seiner Leidenschaft professionell nachzugehen. Bis 20 wollte er den Durchbruch geschafft haben. Nach ein paar Jahren in der Band of Joy wurde er wegen seiner angeblich schwachen Stimme vom Manager gefeuert. Also suchte er nach einer neuen Band. Jimmy Page hörte ihn, als er gerade in der Band Hopsweedle sang. Plant lebte am Existenzminimum und zog bei der halbindischen Großfamilie seiner Freundin ein. 1968 heiratete er Maureen. Sie bekamen zwei Kinder, eine Tochter Carmen Jane und einen Sohn Carrack, benannt nach einem keltischen General. Trotz seines beschaulichen Familienlebens verkörperte Robert das Sinnbild eines lebenden Rockgottes wie kein anderer. Seine engen Jeans und lässigen Hemden waren der Inbegriff männlichen Sexappeals in den 70er Jahren. Er war scharf. Deshalb lief es auch so gut. Auf der Bühne war er die pure Energie, eine physikalische Reaktion. Seine Erscheinung, seine Bewegungen, er zog Männer wie Frauen in seinen Bann. Er ging ziemlich lässig mit seiner Sexualität um und das hat an viele andere männliche Sänger inspiriert. Wie Page seine Gitarre, benutzte Plant seine Stimme als Instrument mit vielen Klangfarben, Tiefen und irritierender Intensität. Mit seiner puren Energie und seinem Blues hat er einen komplett umgehauen. Er brachte diese Energie mit voller Überzeugung rüber. Im August 1975 wurde Roberts Leben und dadurch auch Led Zeppelin erschüttert. Während eines Familienurlaubs in Griechenland verlor Maureen Plant plötzlich die Kontrolle über das Auto. Maureen erlitt eine Schädelfraktur und Plant unzählige Verletzungen. Wegen eines zertrümmerten Knöchels konnte er zwei Jahre lang nicht auftreten. Robert erholte sich körperlich, war sich jetzt aber der Vergänglichkeit des Lebens bewusst. Als er gerade anfing wieder aufzutreten, erwartete ihn schon der nächste Schicksalsschlag. 1977 ging sie zum ersten Mal nach seinem Unfall auf Amerika-Tour, als Robert einen Anruf von Maureen erhielt. Sein fünfjähriger Sohn Carrack war an einer Atemwegsinfektion gestorben. Mein lieber Robert hat das erlebt, was wir alle am meisten fürchten. Sein Sohn starb und er war nicht da. Robert war wie gelähmt. Sein langjähriger Freund Bornham stand ihm bei und trauerte mit ihm. Robert stellte sein ganzes Dasein und den Sinn des Lebens in Frage. Led Zeppelin war plötzlich völlig irrelevant. Letztlich machte es nur seine Leidenschaft für die Musik möglich, dass er jemals wieder Lebensfreude schöpfen konnte. Aber er hat ganz neue Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Anfang 1979 war Plant bereit, wieder auf die Bühne zu steigen. Led Zeppelin gab einige legendäre Konzerte in England und überzeugte endlich auch die Presse. Robert und Maureen bekamen ein weiteres Kind, Logan. Auch wenn Robert nie über den Tod von Carracken wegkam, konnte er wieder ein normales Leben führen. Peter Grant wollte im Herbst 1980 eine große Amerika-Tour planen, aber Led Zeppelin verlor plötzlich an Auftrieb. John Baldwin wurde am 3. Januar 1946 in Sidcup, England geboren. Sein Vater Joe war ein erfolgreicher Pianist und Arrangeur. Seine Mutter arbeitete auch im Musikgeschäft und die Familie trat oft zusammen auf. John erhielt eine ausgezeichnete musikalische Ausbildung auf einem renommierten Internat. Mit 14 war er bereits Chorleiter und Organist in der örtlichen Kirche. Seine Familie ermutigte ihn, weiterzumachen. Sein Vater drängte ihn, Saxophon zu lernen, aber John überzeugte ihn, dass mit einem Bass leichter Geld zu verdienen sei. Er hatte ein unglaubliches Talent für viele Instrumente. Deshalb konnten sie live so viel machen. Baldwin nannte sich bald John Paul Jones. Sein Freund, der Manager der Rolling Stones, hatte diesen Namen auf einem französischen Filmplakat entdeckt. Die Band nannte ihn immer Jonesy. Mit 16 war Jones bereits Bassist in einer Band. Bald war er auch ein gefragter Studiomusiker, der in derselben Liga wie Jimmy Page gehandelt wurde. Er spielte und arrangierte bei unzähligen Aufnahmen großer Musiker wie Donovan, Shirley Bassey, den Rolling Stones, Rod Stewart und Cat Stevens. Page traf er bei einer Session für Donovans Hurdy-Gurdy-Man. Für ihn und Page war das Studio-Leben zwar profitabel, aber frustrierend. Irgendwann schlug Jones Frau Moe vor. Er solle sich bei Jimmy Page melden und schauen, ob sie nicht gemeinsam dieser ermüdenden Routine entkommen könnten. Jones bewunderte Jimmy. Er rief ihn an und von da an war das Leben nie mehr langweilig. Viele der bekanntesten Led Zeppelin-Kompositionen stammen aus seiner Feder. Er hat Funk in die Musik gelegt und sie mit feinsinnigen Themen verwogen. Man kann nicht genau definieren, was John Paul Jones beigetragen hat. Aber wenn man Stairway to Heaven mal intensiv anhört und auf das Keyboard achtet, genauso beim Rain-Song, dann wird klar, dass John Paul Jones Unglaubliches geleistet hat. Jones war zwar für einigen Unfug auf Tour verantwortlich, im Vergleich zu den anderen galt er allerdings als der Ruhige. Er wirkte nur still. Ich habe ihn schon sehr, sehr laut erlebt. Später nahm sich Jones auf Tour oft ein anderes Hotel als die Band, besuchte Freunde und erkundete jede neue Stadt. Sie hatten zwar Spaß zusammen, aber brauchten auch immer wieder eine Auszeit voneinander. Er war ein Profi, immer rechtzeitig zur Stelle und bereit für den Auftritt. Zwischen den Auftritten führte Jones in Devon ein ruhiges Landleben mit seiner Frau und seinen drei Töchtern. Das Familienleben tat ihm gut, genau wie plant. John war wahnsinnig stolz auf die Rhythmen, die er mit John Barnham kreierte. Sie rissen die Mädchen im Sable im Publikum so mit, dass einfach alle tanzen mussten. John Barnham, wer von Hammer of the Gods spricht, denkt an John Barnham. John Henry Barnham ist der geborene Schlagzeugspieler. John Barnham, Bonzo, war einer der aggressivsten und besten Schlagzeuger aller Zeiten. Er wurde am 31. Mai 1948 in Redditch, Worcestershire geboren. Sein Vater war Tischler. Mit fünf schenkte ihm sein Vater seine ersten Trommeln, Töpfe, Pfannen und eine Dose Badesalz seiner Mutter. Mit zehn bekam er seine erste richtige kleine Trommel. Mit 17 arbeitete er für seinen Vater und spielte nebenbei Schlagzeug. Er heiratete seine Jugendliebe und war immer knapp bei Kasse. Er hatte Pat gerade versprochen, dass er mit dem Schlagzeugspielen aufhören und richtig Geld verdienen würde. Da traf er Robert Plant. Bonham hatte schon in zwei Bands von Plant gespielt und endlich ein paar anständig bezahlte Auftritte in Aussicht, als Plant wieder versuchte, ihn für seine neue Band zu gewinnen. Obwohl sogar sein Freund Robert dabei war, zögerte Bonzo. Aber Robert und Jimmy ließen nicht locker. Bonzo war der Motor. Er ließ Jimmy Page und Led Saplin immer noch härter und schneller als alle anderen Rockbands werden. Auf der Bühne war Jimmy meistens direkt vor der Basstrommel und das groovte. Und das war die Gruppe. Bonzo konnte alles. Mit bloßen Händen spielen oder mit vier Sticks in jeder Hand und das die ganze Nacht lang. Nur langsam wurde er nie. Zu Hause war er der liebevollste Familienvater, aber auf Tour drehte er immer total durch. Sein Alkohol- und Drogenkonsum war genauso heftig wie sein Schlagzeugspiel. Bonzo und sein Freund bedrohten nach einem Konzert in Belfast, Irland, einen Kellner mit einem Messer, weil sie hungrig waren und die Küche schon geschlossen hatte. Der Bandmanager Richard Cole kam gerade noch rechtzeitig, um ihn in seinem Vollrausch K.O. zu schlagen. So etwas kam bei Bonzo und Richard Cole gelegentlich vor. Bonzo feierte seinen 25. Geburtstag in einem Hotel in L.A. George Harrison ließ die oberste Lage der Geburtstagstorte auf seinen Kopf fallen. Sofort packte Bonzo Harrison und Patty Boyd und warf sie in den Pool. Harrisons Kommentar, das war die beste Party seit Jahren. Spaß unter Jungs. Aber diese Dauerparty musste irgendwann ein Ende finden. Am 25. September 1980 traf sich die Band in Jimmy Pages Haus, um für ihre erste Amerika-Tour nach Carracks Tod zu proben. Bonzo entspannte sich bei ein paar Drinks und spielte fantastisch auf dem Schlagzeug. Später verlor er auf dem Sofa das Bewusstsein. Sie brachten ihn ins Bett. Benji LeFavre fand ihn am Morgen, erstickt an seinem eigenen Erbrochenen. Ich sagte zu Jimmy und Robert, dass sie nicht nach oben gehen sollen, damit sie das nicht sehen müssen. Aber das änderte nichts. Er war tot. Es war furchtbar. Es traf uns so tief, als hätten wir einen Bruder verloren. Bonzo war der Motor. Ohne ihn ging es nicht. Am 4. Dezember 1980 beschlossen die Verbliebenen, Led Sapling aufzulösen. Die Band verfasste eine Presseerklärung. Durch den Verlust unseres lieben Freundes und im tiefen Einvernehmen zwischen uns und unserem Manager haben wir entschieden, dass wir nicht weitermachen können wie vorher. Jimmy Page ist ein Zauberer. Sein Talent, sein starker Wille und sein Geschäftssinn haben die erfolgreichste Rockband aller Zeiten geschaffen. Er veränderte eine ganze Generation und die Musikindustrie. So eine Band zu gründen, mit ihr den Gipfel des Erfolges zu erklimmen und all diese genialen Alben zu produzieren, das geht nicht ohne einen starken Willen. Mit seinen magischen Fähigkeiten veränderte Page die Art, wie Auftritte und Aufnahmen gestaltet werden. Jimmy Page ist ein hervorragender Produzent. Was er macht, bleibt einem in Erinnerung. In den Ohren, im Kopf. Led Sapling leitete die Longplay-Ära ein. Obwohl die Musik nie auf Chart-Erfolge ausgerichtet war, beherrschte Leit Sapling die Radiosender und Konzerthallen. In jeder Hinsicht waren sie die kommerziell erfolgreichste Rockband aller Zeiten. Jimmy Page nutzte jeden geschäftsrelevanten Aspekt für das, was wir heute Markenbildung nennen. Sobald sich die Presse zu sehr auf Gerüchte stürzte, lenkte er ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Musik und den Mythos. Auf dem Cover des vierten Albums ließ Page jedes Bandmitglied durch ein selbstgewähltes Symbol repräsentieren. Alle anderen Informationen ließ er weg. Jimmy enthüllte nicht einmal die Bedeutung seines eigenen Symbols. Die Fans waren wieder fasziniert. Eine bestimmte Phrase taucht immer wieder auf. Das hält den Mythos am Leben. Eine brillante Strategie, die bis heute funktioniert. Lance Sapling war von dem ersten gemeinsamen Ton an ein Wunder musikalischer Alchemie. Ohne eines der vier Elemente wären solche Wunder nicht mehr möglich gewesen. Das Wichtigste war die Musik. Und die war ohne John nicht mehr möglich. Nach Bonhams Tod trauerte jeder auf seine Art. Jimmy Page fasste seine Gitarre zwei Jahre lang nicht an und zog sich vollkommen zurück. Er mischte das Abschiedsalbum und schrieb den... Als wir sie das erste Mal hörten, sagte ich, diese Band wird ganz groß rauskommen. Kurz nach ihrem ersten Live-Auftritt hatte Led Sablin bereits einen Vertrag mit Atlantic Records. Jerry Wexler und ich wollten sie sofort. Es war die beste Rug-and-Roll-Band, die ich jemals gehört hatte. Im Dezember 1968 flog die Band erstmals nach Amerika. Ihr Debüt begeisterte das Publikum, bekam aber miserable Kritiken. Bevor sie das erste Mal zusammenspielten, verbrachten Jimmy Page und Robert Plant einige Tage auf Jimmys Hausboot auf der Thämse und sprachen über Musik. Auf musikalischer Ebene liebten sie sich. Das kann man hören. Beide Musiker teilten die Liebe zum amerikanischen Blues und den Rock'n'Roll-Klassikern wie Elvis und Jerry Lee Lewis. Als sie feststellten, dass sie beide auch Fork-Musiker wie Johnny Mitchell, John Bice und Bert Jens liebten, waren sie fasziniert. Robert und Jimmy brachten durch ihre Liebe zum Fork auch softere Elemente ein. Auch wenn Plant und Page sich an ihren Vorbildern orientierten und gelegentlich Lieder anderer Künstler spielten, die von Led Zeppelin waren immer Eigenkreationen. Sie coverten nichts. Es war, als hätte man bei ihnen auf einen Knopf gedrückt. Sie setzten sich hin und spielten. Improvisierten, ganz natürlich, als wäre es bereits ihre Musik. Eins ihrer Markenzeichen war ihre Improvisationsfähigkeit. Ein Lied konnte die ganze Band in unbekannte Sphären führen. Jeder suchte seinen eigenen Weg durch ein Lied und dann kamen sie gemeinsam wieder heraus. Von außen versteht man nicht, wie sie das machen. Diese Vielseitigkeit verzauberte das Publikum. Erst ließen sie diese Slow-Motion-Effekte wirken. Und dann rockten sie plötzlich los. Dann setzten sie sich wieder und spielten akustische Musik, Mandoline oder so. Sie lösten sich von der Schwerkraft. Das ist Magie. Bei aller Vielfalt. Die tiefsten Spuren in ihrer Musik hinterließ der ausgezerrte, herzerwärmende amerikanische Blues. Sie hatten diesen Heavy-Rock oder eigentlich Heavy-Metal-Stempel. Ich wollte da mal reinhören und habe dann sofort gemerkt, dass das eigentlich komplett auf Blues basiert. Die exotischen Klänge und Rhythmen von Led Zeppelin entführten das Publikum in Sphären jenseits ihrer Realität und ihrer Vorstellungskraft. Nur wer mal auf einem Led Zeppelin-Konzert war, weiß, was dort für ein kollektiver Trance-Zustand herrscht. Die erste Zeppelin-Begegnung war überwältigend. Sie fingen mit dem Lemon Song an und um uns herum fielen alle Frauen in Ekstase. Ihre Augen wurden immer größer und es war wie, was macht dieser Lemon Song da? Alle drehen durch. Dann sind wir gegangen. Es war aber nicht allein die Musik von Led Zeppelin, die das Bewusstsein der Leute veränderte. Das kam alles zusammen. Es begann in den 60ern, führte in die 70er. Freie Liebe. Stoned aufs Led Zeppelin-Konzert. Die ersten Tage waren auch für die Band überwältigend. Plant und Bornham waren gerade mal 20 Jahre alt und kamen aus Kleinstädten in den Midlands. Und plötzlich gab es keine Grenzen mehr. In den USA wohnten sie immer im Continental Hyatt House Hotel in L.A. Das wurde dann nur noch Krawallhotel genannt. Die Band lud selbst die Besitzer zum Feiern ein. In einem der Hotelzimmer war versehentlich etwas kaputt gegangen. Peter Grant sagte zum Hotelmanager, ich wette, Sie hassen das, wenn wir da sind. Dieser antwortete, oh nein, Mr. Grant, wir haben viel mehr Ärger, wenn die Mormonenversammlung in der Stadt ist. Peter Grant konnte sich nicht halten vor Lachen, gab ihm 1000 Dollar und sagte, bitte, ein Zimmer geht auf uns. Er ging mit ihm hoch und ließ den Manager einen Fernseher aus dem Fenster werfen. Und der Manager sagte, das wollte ich schon immer mal machen. Dieser Spaß beschränkte sich nicht allein auf Hotelzimmer. Ein Freund der Band war BP Fallon. Wir trieben ein paar Schafe auf und als er schlafend im Bett lag, trieben wir sie in sein Zimmer und warfen eine Leuchtbombe hinterher. Er wachte zwischen lauter panischen Schafen auf. Kinderstreiche. Ein Riesenspaß. Unberechenbarkeit war eine besondere Stärke von Led Zeppelin. Die Fans wussten nie, was wirklich stimmte. Aber je dubioser das Gerücht war, desto mehr schrieb die Presse. Was auch immer während einer Tour geschah, alle Bandmitglieder waren bekennende Familienväter. Alle hatten Kinder. Natürlich waren Frauen und Kinder fast nie mit auf Tour. Nach Hause zu kommen ist eine Erholung und auf Tour sein auch. Diese Erholung war lebensnotwendig. 1971 artete ein Musikfestival in Krawallen aus, weil sich 12.000 Fans mit der Polizei anlegten. Die Band wurde mit Flaschen und Tränengas von der Bühne gejagt. Irgendwann forderte Led Zeppelins extremer Lebenswandel seinen Tribut. Aber von ihrem Höhenflug in den frühen 70ern an bis zur Bruchlandung 1980 waren Led Zeppelin nicht aufzuhalten. Vor allem in Amerika. Die ganze amerikanische Kultur mit Woodstock und allem. Man ging auf ein Konzert und ließ alle Hemmungen fallen. Das war okay. Das passierte auf jedem Led Zeppelin-Konzert. Völlige Hemmungslosigkeit. Doch die Kritiken waren schlecht. Wenn Led Zeppelin auftrat und Platten herausbrachte, haben ernstzunehmende Kritiker sie immer verressen. Nach der ersten einstündigen Show von Led Zeppelin am 26. Dezember 1968 beschrieben sie Robert Plants Stimme als ausdruckslos und Bornham am Schlagzeug als einfallslos. Drei Tage später forderte die Menge in Boston sieben Zugaben. Aber die schlechten Kritiken hielten an. 1969 kritisierte das Rolling Stone Magazin Led Zeppelin als selbstherrlich und gleichzeitig mittelmäßig. Daraufhin schrieben die Leute Unmengen Protestbriefe und kauften massenweise Tickets und Platten. 1975 war Led Zeppelin die erste Band in der Geschichte, die sechs Alben gleichzeitig in den Charts hatte. Jetzt begann auch die Presse in England, zähneknirschend, ihre Erfolge anzuerkennen. Jetzt begann man zu erkennen, wie wichtig sie für die Geschichte des Rock'n'Roll waren. Während ihrer Karriere war ihre Musik weit erfolgreicher, als die Kritiken je vermuten ließen. Sie blickten nie zurück und ließen sich von der Kritik nicht aufhalten. Es war ihre Musik. Sie spielten, wie sie wollten. Wenn dann auch noch das Publikum begeistert ist, was will man mehr? Heute scheint Led Zeppelins Selbstbewusstsein mehr als gerechtfertigt. Als ihre fünfeinhalbstündige Band-Retrospektive herauskam, war Led Zeppelin sofort wieder Nummer eins. Und das, obwohl sie seit 23 Jahren nicht mehr als Band aufgetreten waren. James Patrick Page wurde am 9. Januar 1944 geboren. Er wuchs in einem trostlosen Vorort von London, in der Nähe des Flughafens Heathrow auf. Jimmy war ein Einzelkind aus einer Künstlerfamilie und fiel alleine, da in seiner Straße keine anderen Kinder wohnten. So zerbrechlich er wirkte, er sollte noch einige der besten zeitlosen Hymnen der Rockgeschichte komponieren. Jimmy war ein zerbrechlicher Typ. Auch seine Stimme klingt irgendwie verbraucht. Trotzdem schuf er diese unglaubliche Heavy-Rock-Musik. Tief im Inneren hatte er so viel Kraft. Als Jimmy das Lied Baby Let's Play House von Elvis Presley hörte, sagte er sich, das ist es. Mit zwölf brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Er spielte amerikanische Rock'n'Roll-Musik nach und orientierte sich danach an Blues-Gitarristen wie Elmore James und B.B. King. Die Lehrer mussten ihm bis vier Uhr nachmittags die Gitarre wegnehmen, damit er überhaupt lernte. Der Rock'n'Roll fesselte ihn besonders, weil er etwas Verbotenes hatte. 1959 spielte Page in seiner ersten Band. Nach ein paar anstrengenden Wochen auf Tour wurde er schwer krank und entschied, sich auf die bildende Kunst zu konzentrieren. Auch während seines Kunststudiums spielte er Gitarre. So lernte er über eine Kommilitonin, den jungen Gitarristen Jeff Beck kennen. Damals hatte kaum jemand eine E-Gitarre, doch die beiden waren wie besessen. Getrieben von ihrer Leidenschaft zur Musik, inspirierten Page und Beck einander in den folgenden Jahren gegenseitig. Jimmys Mutter war ihr größter Fan und versorgte sie mit Tee, während sie am Wochenende bei ihr zu Hause übten. Jimmys Mutter spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Mit seinem Vater kam er nicht so gut zurecht, aber seine Mutter verehrte er sehr. Sie standen sich sehr nahe. 1963 spielte der 19-jährige Jimmy während der Ferien in einem bekannten Londoner Blues Club. Dort wurde er gefragt, ob er eine Platte mit einspielen wolle. Das war der Anfang einer historischen Karriere. Page wurde schnell zum gefragtesten Sessionmusiker der lebhaften Studioszene in England. Er konnte mühelos den ganzen Tag zwischen Pop, Fork, Country und Filmmusik hin und her wechseln. Er machte mit Hunderten von Künstlern Aufnahmen. Ein Spektrum, das von Donovan bis zu den Kings, von den Rolling Stones bis zu Burt Bacharach reichte. Page spielte sogar auf der Debüt-Single I Can't Explain von The Who. Er war professionell, talentiert und funktionierte wie ein Uhrwerk. Jimmy war ein hervorragender Studiomusiker, aber er hatte weit mehr Talente und diese Arbeit wurde ihm bald langweilig. Jimmy war ständig in kleinen Studios gefangen. Er wollte raus, auf Tour mit einer Band Live-Musik machen. 1966 besuchte Jimmy seinen Freund Jeff Beck auf einem Yardbirds-Konzert. Nach der Show stieg einer der Musiker aus der Band aus und Page sprang ein. Er war so versessen darauf, in der Band zu spielen, dass er den Bass übernahm, ohne je zuvor darauf gespielt zu haben. Er wollte unbedingt in diese Band, also spielte er sogar Bass. Für eine Tour hätte er selbst Schlagzeug gespielt. Led Zeppelin war für Jimmy die Chance, sein ganzes ungenutztes, kreatives Potenzial einzubringen. Und Robert Plant war der optimale Partner. Robert war extrovertiert und Jimmy introvertiert. Sie waren ein faszinierendes Team und ein Genuss für Auge und Ohr. Page ließ sich einfach von John Bornhams gewaltigem Schlagzeugspiel und der Musik davontragen. Sie gingen immer sehr spielerisch miteinander um und standen in ständiger Konkurrenz auf der Suche nach unerwarteten Einlagen. So wie sich Jimmy hingab, wie er auftrat und spielte, versetzte er die Fans in andere Sphären. Ich konzentriere mich immer auf Jimmy Page. Er ist zu gefühlvoll und hat diese unglaubliche Energie, wenn er auf der Bühne steht. Bis heute ist der Name Jimmy Page für junge Gitarristen heilig, auch wenn sie ihn nur von Videos und DVDs kennen. Egal in welches Musikgeschäft man geht, die Kids wollen immer noch Stairway to Heaven spielen, um eine Gitarre auszuprobieren. Das sagt einiges. Das ist immer noch der Riff, den ich im Alter von zwölf Jahren spielen können will. Page hatte durch seine Studio-Erfahrung viele Vorteile als Produzent und auf der Bühne. Durch seine Einlagen auf dem Termin und sein Gitarrenspiel mit einem Bogen hatte er den Ruf eines Zauberers. Page hatte Gerüchten zufolge einen Hang zum Okkultismus und er verehrte den hedonistischen, heroinabhängigen englischen Anhänger der schwarzen Magie, Anister Crowley. Er kaufte einige Häuser, in denen Crowley gewohnt hatte und sammelte Gegenstände aus dessen Leben. Jimmy war so fasziniert von Crowley, dass er dessen Motto »Tu, was du willst« auf das erste Cover von Led Zeppelin 3 drucken ließ. Abergläubische Fans führten das tragische Schicksal von Led Zeppelin gerne auf Jimmys Bund mit dem Teufel zurück. 1975 waren sie mit vielen Problemen konfrontiert. Page war heroinabhängig, Zeppelin hatte einen schlechten Ruf, die Rockszene veränderte sich und auch den schnellen Erfolg zu verarbeiten, all das waren erhebliche Probleme. Trotzdem blieb Page mit seiner Gitarre das Herz und Robert Plant mit seiner Stimme die Seele der Band. So konnte Led Zeppelin ihr Tief überwinden. Robert Plant's einzigartige Stimme adelte jedes der zehn Led Zeppelin-Alben, die in den zwölf Jahren entstanden. Sie hatten keine Backgroundsänger und nur in einem ihrer Lieder einen Gastsänger. Kein anderer Sänger klingt wie Robert Plant. John Baldwin wurde am 3. Januar 1946 in Sidcup, England geboren. Sein Vater Joe war ein erfolgreicher Pianist und Arrangeur. Seine Mutter arbeitete auch im Musikgeschäft und die Familie trat oft zusammen auf. John erhielt eine ausgezeichnete musikalische Ausbildung auf einem renommierten Internat. Mit 14 war er bereits Chorleiter und Organist in der örtlichen Kirche. Seine Familie ermutigte ihn weiterzumachen. Sein Vater drängte ihn Saxophon zu lernen, aber John überzeugte ihn, dass mit einem Bass leichter Geld zu verdienen sei. Er hatte ein unglaubliches Talent für viele Instrumente. Deshalb konnten sie live so viel machen. Baldwin nannte sich bald John Paul Jones. Sein Freund, der Manager der Rolling Stones, hatte diesen Namen auf einem französischen Filmplakat entdeckt. Die Band nannte ihn immer Jonesy. Mit 16 war Jones bereits Bassist in einer Band. Bald war er auch ein gefragter Studiomusiker, der in derselben Liga wie Jimmy Page gehandelt wurde. Er spielte und arrangierte bei unzähligen Aufnahmen großer Musiker wie Donovan, Shirley Bassey, den Rolling Stones, Rod Stewart und Cat Stevens. Page traf er bei einer Session für Donovans Hurdy-Gurdy-Man. Für ihn und Page war das Studio-Leben zwar profitabel, aber frustrierend. Irgendwann schlug Jones Frau Moe vor. Er solle sich bei Jimmy Page melden und schauen, ob sie nicht gemeinsam dieser ermüdenden Routine entkommen könnten. Jones bewunderte Jimmy. Er rief ihn an und von da an war das Leben nie mehr langweilig. Viele der bekanntesten Led Zeppelin-Kompositionen stammen aus seiner Feder. Er hat Funk in die Musik gelegt und sie mit feinsinnigen Themen verwohlen. Man kann nicht genau definieren, was John Paul Jones beigetragen hat. Aber wenn man Stairway to Heaven mal intensiv anhört und auf das Keyboard achtet, genauso beim Rain-Song, dann wird klar, dass John Paul Jones Unglaubliches geleistet hat. Jones war zwar für einigen Unfug auf Tour verantwortlich, im Vergleich zu den anderen galt er allerdings als der Ruhige. Er wirkte nur still. Ich habe ihn schon sehr, sehr laut erlebt. Später nahm sich Jones auf Tour oft ein anderes Hotel als die Band, besuchte Freunde und erkundete jede neue Stadt. Sie hatten zwar Spaß zusammen, aber brauchten auch immer wieder eine Auszeit voneinander. Er war ein Profi, immer rechtzeitig zur Stelle und bereit für den Auftritt. Zwischen den Auftritten führte Jones und Devin ein ruhiges Landleben mit seiner Frau und seinen drei Töchtern. Das Familienleben tat ihm gut, genau wie plant. John war wahnsinnig stolz auf die Rhythmen, die er mit John Barnham kreierte. Sie rissen die Mädchen im Saplen-Publikum so mit, dass einfach alle tanzen mussten. John Barnham. Wer von Hammer of the Gods spricht, denkt an John Barnham. John Henry Barnham ist der geborene Schlagzeugspieler. John Barnham, Bonzo, war einer der aggressivsten und besten Schlagzeuger aller Zeiten. Er wurde am 31. Mai 1948 in Redditch, Worcestershire geboren. Sein Vater war Tischler. Mit fünf schenkte ihm sein Vater seine ersten Trommeln, Töpfe, Pfannen und eine Dose Badesalz seiner Mutter. Mit zehn bekam er seine erste richtige kleine Trommel. Mit 17 arbeitete er für seinen Vater und spielte nebenbei Schlagzeug. Er heiratete seine Jugendliebe und war immer knapp bei Kasse. Er hatte Pat gerade versprochen, dass er mit dem Schlagzeugspielen aufhören und richtig Geld verdienen würde. Da traf er Robert Plant. Bonham hatte schon in zwei Bands von Plant gespielt und endlich ein paar anständig bezahlte Auftritte in Aussicht, als Plant wieder versuchte, ihn für seine neue Band zu gewinnen. Obwohl sogar sein Freund Robert dabei war, zögerte Bonzo. Aber Robert und Jimmy ließen nicht locker. Bonzo war der Motor. Er ließ Jimmy Page und Led Zeppelin immer noch härter und schneller als alle anderen Rockbands werden. Auf der Bühne war Jimmy meistens direkt vor der Basstrommel und das groovete. Bonzo konnte alles. Mit bloßen Händen spielen oder mit vier Sticks in jeder Hand und das die ganze Nacht lang. Nur langsam wurde er nie. Zu Hause war er der liebevollste Familienvater, aber auf Tour drehte er immer total durch. Sein Alkohol- und Drogenkonsum war genauso heftig wie sein Schlagzeugspiel. Bonzo und sein Freund bedrohten nach einem Konzert in Belfast, Irland, einen Kellner mit einem Messer, weil sie hungrig waren und die Küche schon geschlossen hatte. Der Bandmanager Richard Cole kam gerade noch rechtzeitig, um ihn in seinem Vollrausch K.O. zu schlagen. So etwas kam bei Bonzo und Richard Cole gelegentlich vor. Bonzo feierte seinen 25. Geburtstag in einem Hotel in L.A. George Harrison ließ die oberste Lage der Geburtstagstorte auf seinen Kopf fallen. Sofort packte Bonzo Harrison und Patty Boyd und warf sie in den Pool. Harrisons Kommentar, das war die beste Party seit Jahren. Spaß unter Jungs. Aber diese Dauerparty musste irgendwann ein Ende finden. Am 25. September 1980 traf sich die Band in Jimmy Pages Haus, um für ihre erste Amerika-Tour nach Carracks Toad zu proben. Bonzo entspannte sich bei ein paar Drinks und spielte fantastisch auf dem Schlagzeug. Später verlor er auf dem Sofa das Bewusstsein. Sie brachten ihn ins Bett. Benji Lefavre fand ihn am Morgen, erstickt an seinem eigenen Erbrochenen. Ich sagte zu Jimmy und Robert, dass sie nicht nach oben gehen sollen, damit sie das nicht sehen müssen. Aber das änderte nichts. Er war tot. Es war furchtbar. Es traf uns so tief, als hätten wir einen Bruder verloren. Bonzo war der Motor. Ohne ihn ging es nicht. Am 4. Dezember 1980 beschlossen die Verbliebenen, Led Zeppelin aufzulösen. Die Band verfasste eine Presseerklärung. Durch den Verlust unseres lieben Freundes und im tiefen Einvernehmen zwischen uns und unserem Manager haben wir entschieden, dass wir nicht weitermachen können wie vorher. Jimmy Page ist ein Zauberer. Sein Talent, sein starker Wille und sein Geschäftssinn haben die erfolgreichste Rockband aller Zeiten geschaffen. Tu, was du willst, auf das erste Cover von Led Zeppelin 3 drucken ließ. Abergläubische Fans führten das tragische Schicksal von Led Zeppelin gerne auf Jimmys Bund mit dem Teufel zurück. 1975 waren sie mit vielen Problemen konfrontiert. Page war heroinabhängig, Zeppelin hatte einen schlechten Ruf, die Rockszene veränderte sich und auch den schnellen Erfolg zu verarbeiten. All das waren erhebliche Probleme. Trotzdem blieb Page mit seiner Gitarre das Herz und Robert Plant mit seiner Stimme die Seele der Band. So konnte Led Zeppelin ihr Tief überwinden. Robert Plants einzigartige Stimme adelte jedes der zehn Led Zeppelin-Alben, die in den zwölf Jahren entstanden. Sie hatten keine Backgroundsänger und nur in einem ihrer Lieder einen Gastsänger. Kein anderer Sänger klingt wie Robert Plant. Er lässt sich mit einem ganz anderen Verständnis auf die Musik ein. Plants entrücktes Klagen verbindet viele Elemente. Leidenschaft, Kraft und Sehnsucht des Blues, den er so liebte. Die Lässigkeit von Elvis, den Ernst und die Gefühle seiner Forkhelden. Und die traditionellen orientalischen Klänge, die er auf Reisen kennengelernt hatte. Er kennt jedes Lied von allen abgefahrenen Musikern, die es je gegeben hat. Die Vielfalt seiner Texte umfasst scheinbar historische und keltische Ebenen. Fork-Poese, Tribute an Tolkien und Schreie der Sehnsucht. Sie sind viel mehr als eine Metal-Band, denn Robert Plant ist ein Poet. Er trägt die Poesie in der Seele und holt sie bei anderen Menschen hervor. Er wollte, dass seine Band mehr Tiefe und mehr Umfang hat. Robert Antony Plant wurde am 20. August 1948 geboren. Er wuchs in einem Dorf nahe Birmingham an der Grenze zu Wales auf. Mit 13 Finger an, sich für Mädchen zu interessieren, ließ sich die Haare wachsen und sein Leben als Rockstar nahm Formen an. Er war der erste mit so einer prächtigen, blonden Mittelalter-Mähne. Alle Frauen standen darauf. Robert sollte dem Wunsch seiner Eltern nach Buchhalter werden. Doch davor entdeckte er den Blues. Als Teenager spielte Kevin Gamond und Robert mit John Bonham zusammen in der Band of Joy. Robert wollte eigentlich am Kidderminster College seinen Abschluss machen, bis er das erste Mal auf dem Campus den Lemon Song spielte. Wir hatten verschiedene Auftritte in der Region. Als wir den Lemon Song auf dem beliebten Kidderminster College Konzert spielten, zogen sie uns den Stecker. Es war zu krass, wild, verrückt. Wir flogen vom College. Mit 16 zog Robert von zu Hause aus, um seiner Leidenschaft professionell nachzugehen. Bis 20 wollte er den Durchbruch geschafft haben. Nach ein paar Jahren in der Band of Joy wurde er wegen seiner angeblich schwachen Stimme vom Manager gefeuert. Also suchte er nach einer neuen Band. Jimmy Page hörte ihn, als er gerade in der Band Hopsweedle sang. Plant lebte am Existenzminimum und zog bei der halbindischen Großfamilie seiner Freundin ein. 1968 heiratete er Maureen. Sie bekamen zwei Kinder, eine Tochter Carmen Jane und einen Sohn Carrack, benannt nach einem keltischen General. Trotz seines beschaulichen Familienlebens verkörperte Robert das Sinnbild eines lebenden Rockgottes wie kein anderer. Seine engen Jeans und lässigen Hemden waren der Inbegriff männlichen Sexappeals in den 70er Jahren. Er war scharf, deshalb lief es auch so gut. Auf der Bühne war er die pure Energie, eine physikalische Reaktion. Seine Erscheinung, seine Bewegungen, er zog Männer wie Frauen in seinen Bann. Er ging ziemlich lässig mit seiner Sexualität um und das hat an viele andere männliche Sänger inspiriert. Wie Page seine Gitarre, benutzte Plant seine Stimme als Instrument mit vielen Klangfarben, Tiefen und irritierender Intensität. Mit seiner puren Energie und seinem Blues hat er einen komplett umgehauen. Er brachte diese Energie mit voller Überzeugung rüber. Im August 1975 wurde Roberts Leben und dadurch auch Led Zeppelin erschüttert. Während eines Familienurlaubs in Griechenland verlor Maureen Plant plötzlich die Kontrolle über das Auto. Maureen erlitt eine Schädelfraktur und Plant unzählige Verletzungen. Wegen eines zertrümmerten Knöchels konnte er zwei Jahre lang nicht auftreten. Robert erholte sich körperlich, war sich jetzt aber der Vergänglichkeit des Lebens bewusst. Als er gerade anfing wieder aufzutreten, erwartete ihn schon der nächste Schicksalsschlag. 1977 ging sie zum ersten Mal nach seinem Unfall auf Amerika-Tour, als Robert einen Anruf von Maureen erhielt. Sein fünfjähriger Sohn Carrack war an einer Atemwegsinfektion gestorben. Mein lieber Robert hat das erlebt, was wir alle am meisten fürchten. Sein Sohn starb und er war nicht da. Robert war wie gelähmt. Sein langjähriger Freund Bornham stand ihm bei und trauerte mit ihm. Robert stellte sein ganzes Dasein und den Sinn des Lebens in Frage. Led Zeppelin war plötzlich völlig irrelevant. Letztlich machte es nur seine Leidenschaft für die Musik möglich, dass er jemals wieder Lebensfreude schöpfen konnte. Aber er hat ganz neue Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Anfang 1979 war Plant bereit, wieder auf die Bühne zu steigen. Led Zeppelin gab einige legendäre Konzerte in England und überzeugte endlich auch die Presse. Robert und Maureen bekamen ein weiteres Kind, Logan. Auch wenn Robert nie über den Tod von Carracken wegkam, konnte er wieder ein normales Leben führen. Peter Grant wollte im Herbst 1980 eine große Amerikatur planen, aber Led Zeppelin verlor plötzlich an Auftrieb. Led Zeppelin war in den 70ern die größte, böseste und meist vergötterte Rockband Amerikas. Es war die beste Rock'n'Roll Band, die ich bis dahin gehört hatte. Die Fans verehren sie bis heute. Sie hatten wahnsinnigen Erfolg. Led Zeppelins Erfolgsrezept bleibt ein Geheimnis, aber die Legende lebt. Seit ihrem Debüt am 17. Oktober 1968 in Surrey, England, ist Led Zeppelin ein Synonym für Exzess. Sie waren Götter, das wussten sie und haben das Beste daraus gemacht. Bei ihrem Durchbruch spielten sie bereits auf hohem künstlerischen Niveau. Niemand hat musikalische Grenzen so ausgereizt und das Publikum so mitgerissen. Wenn es richtig losging, spielten sie einige Grooves und alle legten sich hin. Dann wendeten sie sich ans Publikum und tausende Leute erhoben sich als Einheit, wie bei einem heidnischen Ritual. Eine einzigartige Spannung. Natürlich, Sex verkauft sich. Das geht für Männer wie für Frauen und Rock'n'Roll ist Sex. Oder der Beat. Das ganze Haus rockte. Vorne die vier. Fantastisch. Es hat mich umgehauen. Eine einzigartige Chemie. Sie versetzten die Welt in eine andere Realität, voller Poesie. Auf der Bühne und in der Fantasie. Ob Jimmy Page Sertanist ist, weiß keiner. Ist doch egal. Keine Band hat solche Triumphe erlebt und solche Tragödien. Keine Band außer den Beatles hat mehr Platten verkauft. Noch heute kaufen Jugendliche Unmengen ihrer Platten. Überall auf der Welt. In den zwölf Jahren hat Led Saplin einige der meistgefeierten Hymnen der Rockmusik geschaffen. Dazed and Confused, Whole Lotta Love, Kashmir und Stairway to Heaven haben den Soundtrack der 70er Jahre entscheidend geprägt. Von den großen Rockbands, die frühen Giganten wie die Rolling Stones und die Beatles eingeschlossen, prägt Led Saplin noch heute junge Bands stärker als alle anderen. Keine Band in der Geschichte des Rock'n'Roll hat diesen Einfluss erreicht. Durch ihr musikalisches Talent, ihre Leidenschaft und die durchschlagenden Geschäftsstrategien ihres Managers Peter Grant hat Led Saplin das Musikbusiness in eine Led Saplin-Industrie verwandelt. Eine der brillanten Strategien der Led Saplin-Ära war der Mythos um die Band. Sie gaben keine Fernsehinterviews und veranstalteten keinen Presserummel. So blieben die Fans ständig in gespannter Unwissenheit. Damals war die Musikindustrie für Promotion zuständig, verdiente das Geld und gab davon den Bands etwas ab. Led Saplin änderten das. Sie sagten, wir sind die Band und der Erfolg. Wir bekommen das Geld und zahlen euch Prozente. Sie haben zum Beispiel nie eine Single veröffentlicht. Weil Led Saplin sich weigerte, die gewohnten Drei-Minuten-Singles rauszubringen, musste man immer ein ganzes Album kaufen. Und sich anders mit ihrer Musik auseinandersetzen. Es war, als käme Gott in die Stadt. Grant und Paige führten Led Saplin in eine gigantische Erfolgsgeschichte. Ihre Strategie war die permanente Faszination. Die Insassen dieser Limousine regieren kein Land, machen keine Ölgeschäfte und auch keine Millionen-Dollar-Filme. Es ist Led Saplin, eine Rockband auf Tour und dieser Saplin ist riesig. Led Saplin hat bezüglich Konzertbesuchern, verkauften Platten, Heldenkult und Rock'n'Roll-Dekadenz alle bisherigen Rekorde übertroffen. Led Saplin hat die Popkultur mit ein paar zerbrochenen Fenstern und eingetretenen Türen hinter sich gelassen. Sie haben sexuelle Moralvorstellungen verändert und junge Bands inspiriert. Ironischerweise war der Name Led Saplin eigentlich eine witzige Bemerkung von Keith Moon oder John Antwistle aus der Band The Who. Als Paige einen Namen für seine zukünftige Band suchte, spielte er mit seinem Vorschlag auf die Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs einer solchen Band an. Wie ein Blei an Led Saplin. Led Saplin begann als Ableger der Yardbirds, der berühmten britischen Band, die die Gitarrenlegenden Eric Clapton und Jeff Beck hervorgebracht hat. 1966 wurde Jimmy Page dort Lead-Gitarrist. Kurz darauf löste die Band sich auf. Ihr Manager Peter Grant bot Jimmy daraufhin eine bereits gebuchte Skandinavien-Tour und den Namen The New Yardbirds an. Page war Feuer und Flamme, eine eigene Band zu gründen und suchte nach Leuten. Wir kannten Jimmy Page, weil er unser gefragtester Gitarrist für Studioaufnahmen war und John Paul Jones war unser bester Bassist für diese Sessions. Wir dachten uns, die beiden sind großartige Musiker. So entstand das Gerücht, dass sie eine geniale Gruppe werden. Jimmy fragte Terry Reid, aber der konnte nicht und schlug stattdessen einen jungen Blues-Sänger vor. Robert Plant. Plant spielte in einer Band, die The Band of Joy hieß und war Liedsänger bei der unbekannten Band Hopsweedle. Robert Plant war nicht so richtig einzuschützen. Er hatte einen sehr ungewöhnlichen Stil, nicht gerade melodisch. Plant holte seinen Freund und ehemaligen Kollegen John Bonham als Schlagzeuger. Bonham war frisch verheiratet und kam kaum über die Runden. Deshalb zögerte er, seine ersten gut bezahlten Auftritte für eine neue Band aufzugeben. John Bonham war von Anfang an ein Volltreffer. Mann, er war Wahnsinn. Schon in der ersten Probe war eine magische Chemie zwischen Page Plant, Bonham und Jones zu spüren. Page sagte, der Moment war so unglaublich, fast beängstigend. Die Band war ein Tier, wie ein wildes Tier, dem alles egal ist, das einfach dasteht und in diesem Moment alles gibt. Im Oktober 1968 nahm die neue Band in nur neun Tagen und knapp 30 Stunden reine Studiozeit ihr erstes Album auf. Als wir sie das erste Mal hörten, sagte ich, diese Band wird ganz groß rauskommen. Kurz nach ihrem ersten Live-Auftritt hatte Led Saplin bereits einen Vertrag mit Atlantic Records. Jerry Wexler und ich wollten sie sofort. Es war die beste Rug'n'Roll Band, die ich jemals gehört hatte. Im Dezember 1968 flog die Band erstmals nach Amerika. Ihr Debüt begeisterte das Publikum, bekam aber miserable Kritiken. Bevor sie das erste Mal zusammenspielten, verbrachten Jimmy Page und Robert Plant einige Tage auf Jimmys Hausboot auf der Themse und sprachen über Musik. Auf musikalischer Ebene liebten sie sich. Das kann man hören. Beide Musiker teilten die Liebe zum amerikanischen Blues und den Rock'n'Roll-Klassikern wie Elvis und Jerry Lee Lewis. Als sie feststellten, dass sie beide auch Fork-Musiker wie Johnny Mitchell, John Bice und Bert Jans liebten, waren sie fasziniert. Robert und Jimmy brachten durch ihre Liebe zum Fork auch softere Elemente ein. Auch wenn Plant und Page sich an ihren Vorbildern orientierten und gelegentlich Lieder anderer Künstler spielten, die von Led Zeppelin waren immer Eigenkreationen. Sie coverten nichts. Es war, als hätte man bei ihnen auf einen Knopf gedrückt. Sie setzten sich hin und spielten. Improvisierten, ganz natürlich, als wäre es bereits ihre Musik. Eins ihrer Markenzeichen war ihre Improvisationsfähigkeit. Ein Lied konnte die ganze Band in unbekannte Sphären führen. Jeder suchte seinen eigenen Weg durch ein Lied und dann kamen sie gemeinsam wieder heraus. Von außen versteht man nicht, wie sie das machen. Diese Vielseitigkeit verzauberte das Publikum. Erst ließen sie diese Slow-Motion-Effekte wirken. Und dann rockten sie plötzlich los. Dann setzten sie sich wieder und spielten akustische Musik, Mandoline oder so. Sie lösten sich von der Schwerkraft. Das ist Magie. Bei aller Vielfalt. Die tiefsten Spuren in ihrer Musik hinterließ der ausgezerrte, herzerwärmende amerikanische Blues. Sie hatten diesen Heavy Rock oder eigentlich Heavy Metal-Stempel. Ich wollte da mal reinhören und habe dann sofort gemerkt, dass das eigentlich komplett auf Blues basiert. Die exotischen Klänge und Rhythmen von Led Zeppelin entführten das Publikum in Sphären jenseits ihrer Realität und ihrer Vorstellungskraft. Nur wer mal auf einem Led Zeppelin-Konzert war, weiß, was dort für ein kollektiver Trance-Zustand herrscht. Die erste Zeppelin-Begegnung war überwältigend. Sie fingen mit dem Lemon Song an. Und um uns herum fielen alle Frauen in Ekstase. Ihre Augen wurden immer größer und es war wie, was macht dieser Lemon Song da? Alle drehen durch. Dann sind wir gegangen. Es war aber nicht allein die Musik von Led Zeppelin, die das Bewusstsein der Leute veränderte. Das kam alles zusammen. Es begann in den 60ern, führte in die 70er. Freie Liebe. Die ersten Tage waren auch für die Band überwältigend. Plant und Bornham waren gerade mal 20 Jahre alt und kamen aus Kleinstädten in den Midlands. Und plötzlich gab es keine Grenzen mehr. In den USA wohnten sie immer im Continental Hyatt House Hotel in L.A. Das wurde dann nur noch Krawallhotel genannt. Die Band lud selbst die Besitzer zum Feiern ein. In einem der Hotelzimmer war versehentlich etwas kaputt gegangen. Peter Grant sagte zum Hotelmanager, ich wette, Sie hassen das, wenn wir da sind. Dieser antwortete, oh nein, Mr. Grant. Wir haben viel mehr Ärger, wenn die Mormonenversammlung in der Stadt ist. Peter Grant konnte sich nicht halten vor Lachen, gab ihm 1000 Dollar und sagte, bitte, ein Zimmer geht auf uns. Er ging mit ihm hoch und ließ den Manager einen Fernseher aus dem Fenster werfen. Und der Manager sagte, das wollte ich schon immer mal machen. Dieser Spaß beschränkte sich nicht allein auf Hotelzimmer. Ein Freund der Band war BP Fallon. Wir trieben ein paar Schafe auf und als er schlafend im Bett lag, trieben wir sie in sein Zimmer und warfen eine Leuchtbombe hinterher. Er wachte zwischen lauter panischen Schafen auf. Kinderstreiche. Ein Riesenspaß. Unberechenbarkeit war eine besondere Stärke von Led Zeppelin. Die Fans wussten nie, was wirklich stimmte. Aber je dubioser das Gerücht war, desto mehr schrieb die Presse. Was auch immer während einer Tour geschah, alle Bandmitglieder waren bekennende Familienväter. Alle hatten Kinder. Natürlich waren Frauen und Kinder fast nie mit auf Tour. Nach Hause zu kommen ist eine Erholung und auf Tour sein auch. Diese Erholung war lebensnotwendig. 1971 artete ein Musikfestival in Krawallen aus, weil sich 12.000 Fans mit der Polizei anlegten. Die Band wurde mit Flaschen und Tränengas von der Bühne gejagt. Irgendwann forderte Led Zeppelins extremer Lebenswandel seinen Tribut. Aber von ihrem Höhenflug in den frühen 70ern an bis zur Bruchlandung 1980 waren Led Zeppelin nicht aufzuhalten. Vor allem in Amerika. Die ganze amerikanische Kultur mit Woodstock und allem. Man ging auf ein Konzert und ließ alle Hemmungen fallen. Das war okay. Das passierte auf jedem Led Zeppelin-Konzert. Völlige Hemmungslosigkeit. Doch die Kritiken waren schlecht. Wenn Led Zeppelin auftrat und Platten herausbrachte, haben ernstzunehmende Kritiker sie immer verressen. Nach der ersten einstündigen Show von Led Zeppelin am 26. Dezember 1968 beschrieben sie Robert Plants Stimme als ausdruckslos und Bornham am Schlagzeug als einfallslos. Drei Tage später forderte die Menge in Boston sieben Zugaben. Aber die schlechten Kritiken hielten an. 1969 kritisierte das Rolling Stone Magazin Led Zeppelin als selbstherrlich und gleichzeitig mittelmäßig. Daraufhin schrieben die Leute Unmengen Protestbriefe und kauften massenweise Tickets und Platten. 1975 war Led Zeppelin die erste Band in der Geschichte, die sechs Alben gleichzeitig in den Charts hatte. Jetzt begann auch die Presse in England, zähneknirschend, ihre Erfolge anzuerkennen. Jetzt begann man zu erkennen, wie wichtig sie für die Geschichte des Rock'n'Roll waren. Während ihrer Karriere war ihre Musik weit erfolgreicher, als die Kritiken je vermuten ließen. Sie blickten nie zurück und ließen sich von der Kritik nicht aufhalten. Es war ihre Musik. Sie spielten, wie sie wollten. Wenn dann auch noch das Publikum begeistert ist, was will man mehr? Heute scheint Led Zeppelins Selbstbewusstsein mehr als gerechtfertigt. Als ihre fünfeinhalbstündige Band-Retrospektive herauskam, war Led Zeppelin sofort wieder Nummer eins. Und das, obwohl sie seit 23 Jahren nicht mehr als Band aufgetreten waren. James Patrick Page wurde am 9. Januar 1944 geboren. Er wuchs in einem trostlosen Vorort von London, in der Nähe des Flughafens Heathrow auf. Jimmy war ein Einzelkind aus einer Künstlerfamilie und viel alleine, da in seiner Straße keine anderen Kinder wohnten. So zerbrechlich er wirkte, er sollte noch einige der besten zeitlosen Hymnen der Rockgeschichte komponieren. Jimmy war ein zerbrechlicher Typ. Auch seine Stimme klingt irgendwie verbraucht. Trotzdem schuf er diese unglaubliche Heavy-Rock-Musik. Tief im Inneren hatte er so viel Kraft. Als Jimmy das Lied Baby Let's Play House von Elvis Presley hörte, sagte er sich, das ist es. Mit zwölf brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Er spielte amerikanische Rock'n'Roll-Musik nach und orientierte sich danach an Blues-Gitarristen wie Elmore James und B.B. King. Die Lehrer mussten ihm bis 4 Uhr nachmittags die Gitarre wegnehmen, damit er überhaupt lernte. Der Rock'n'Roll fesselte ihn besonders, weil er etwas Verbotenes hatte. 1959 spielte Page in seiner ersten Band. Nach ein paar anstrengenden Wochen auf Tour wurde er schwer krank und entschied, sich auf die bildende Kunst zu konzentrieren. Auch während seines Kunststudiums spielte er Gitarre. So lernte er über eine Kommilitonin, den jungen Gitarristen Jeff Beck, kennen. Damals hatte kaum jemand eine E-Gitarre, doch die beiden waren wie besessen. Getrieben von ihrer Leidenschaft zur Musik, inspirierten Page und Beck einander in den folgenden Jahren gegenseitig. Jimmys Mutter war ihr größter Fan und versorgte sie mit Tee, während sie am Wochenende bei ihr Zuhause übten. Jimmys Mutter spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Mit seinem Vater kam er nicht so gut zurecht, aber seine Mutter verehrte er sehr. Sie standen sich sehr nahe. 1963 spielte der 19-jährige Jimmy während der Ferien in einem bekannten Londoner Blues Club. Dort wurde er gefragt, ob er eine Platte mit einspielen wolle. Das war der Anfang einer historischen Karriere. Page wurde schnell zum gefragtesten Sessionmusiker der lebhaften Studioszene in England. Er konnte mühelos den ganzen Tag zwischen Pop, Fork, Country und Filmmusik hin und her wechseln. Er machte mit Hunderten von Künstlern Aufnahmen. Ein Spektrum, das von Donovan bis zu den Kings, von den Rolling Stones bis zu Burt Beckrack reichte. Page spielte sogar auf der Debüt-Single I Can't Explain von The Who. Er war professionell, talentiert und funktionierte wie ein Uhrwerk. Jimmy war ein hervorragender Studiomusiker, aber er hatte weit mehr Talente und diese Arbeit wurde ihm bald langweilig. Jimmy war ständig in kleinen Studios gefangen. Er wollte raus, auf Tour mit einer Band Live-Musik machen. 1966 besuchte Jimmy seinen Freund Jeff Beck auf einem Yardbirds-Konzert. Nach der Show stieg einer der Musiker aus der Band aus und Page sprang ein. Er war so versessen darauf, in der Band zu spielen, dass er den Bass übernahm, ohne je zuvor darauf gespielt zu haben. Er wollte unbedingt in diese Band, also spielte er sogar Bass. Für eine Tour hätte er selbst Schlagzeuge spielten. Led Zeppelin war für Jimmy die Chance, sein ganzes ungenutztes kreatives Potenzial einzubringen und Robert Plant war der optimale Partner. Robert war extrovertiert und Jimmy introvertiert. Sie waren ein faszinierendes Team und ein Genuss für Auge und Ohr. Page ließ sich einfach von John Bonhams gewaltigem Schlagzeugspiel und der Musik davontragen. Sie gingen immer sehr spielerisch miteinander um und standen in ständiger Konkurrenz auf der Suche nach unerwarteten Einlagen. So wie sich Jimmy hingab, wie er auftrat und spielte, versetzte er die Fans in andere Sphären. Ich konzentriere mich immer auf Jimmy Page. Er ist zu gefühlvoll und hat diese unglaubliche Energie, wenn er auf der Bühne steht. Bis heute ist der Name Jimmy Page für junge Gitarristen heilig, auch wenn sie ihn nur von Videos und DVDs kennen. Egal in welches Musikgeschäft man geht, die Kids wollen immer noch Stairway to Heaven spielen, um eine Gitarre auszuprobieren. Das sagt einiges. Das ist immer noch der Riff, den ich im Alter von zwölf Jahren spielen können will. Page hatte durch seine Studio-Erfahrung viele Vorteile als Produzent und auf der Bühne. Durch seine Einlagen auf dem Termin und sein Gitarrenspiel mit einem Bogen hatte er den Ruf eines Zauberers. Page hatte Gerüchten zufolge einen Hang zum Okkultismus und er verehrte den hedonistischen, heroinabhängigen englischen Anhänger der schwarzen Magie, Anister Crowley. Er kaufte einige Häuser, in denen Crowley gewohnt hatte und sammelte Gegenstände aus dessen Leben. Jimmy war so fasziniert von Crowley, dass er dessen Motto Er war so das, was es so cool, ist es Gitarrenspiel, dass Albekil seine Kultus in der Welt gewohnt hat und ich schon in der Welt gewohnt. Ich bin niemals auf dem Zeitraum, dass er nicht gewohnt hat und ich war so alt. Er war so ein Gitarrenspiel mit einem Teil. Er war so alt. Vielen Dank.